So, eine neue Folge Jung und Naiv. Wir sind im Studio. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Lothar Wieler. Lothar, was machst du? Ich bin Präsident des Robert-Koch-Instituts. Was ist das Robert-Koch-Institut? Das ist eine gute Frage. Ich freue mich, dass ich das mal erklären kann. Das Robert-Koch-Institut ist die biomedizinische Leitforschungsinstitution der Bundesregierung. Das heißt, wir sind eine Institution, eine sogenannte Ressortforschungseinrichtung und wir gehören zum Geschäftsbereich des Gesundheitsministeriums. Und unsere Aufgabe ist, in einem bestimmten Bereich zu forschen und anhand der Forschungsergebnisse dann zum einen das Gesundheitsministerium direkt zu beraten, zum anderen aber damit natürlich auch die Regierung zu beraten. Und ich denke, das Entscheidende ist, dass wir das Gebiet, in dem wir forschen, das ist quasi vorgegeben, eben im Bereich der Biomedizin, der Gesundheitsforschung insbesondere. Aber die Methoden, mit denen wir forschen, die Ideen, die wir zugrunde legen, die Materialien, die wir nutzen und die Hypothesen, die wir aufstellen, das ist eben voll unterliegt der Wissenschaftsfreiheit. Das heißt also, für uns ist wichtig, dass wir zum einen wirklich gute Experten haben auf den einzelnen Bereichen, weil wir ja sonst gar nicht gut beraten können. Und der zweite Aspekt ist auch der, dass diese Experten auch die Möglichkeiten haben, mit den neuesten Methoden und Geräten zum Beispiel entsprechend forschen zu können. Denn nur dann können sie ja auch unter anderem solche Sachen bewerten, wie etwa Diagnostika oder so oder Impfstoffentwicklung und Nutzen von Impfstoffen. Und das ist das Robert-Koch-Institut, ja. Und das gibt es jetzt übrigens seit 130 Jahren. Das ist am 1. Juli wird es 130 Jahre alt. Du bist erst seit sechs Jahren an der Spitze. Ja, erst am März 2015 exakt. Aber seid ihr so eine Art Erfüllungsgehilfe für die Regierung? Oder, ich meine, ihr solltet ja beraten, sie hören nicht auf euren Rat. Wozu gibt es euch? Naja, uns gibt es exakt dazu, dass wirklich von einer unabhängigen Einrichtung, die genügend finanziert sein sollte auch, eben auf Basis von wissenschaftlichen Erkenntnissen einfach Beratungen stattfinden. Ich meine, es gibt ja genug wissenschaftliche Institutionen in Deutschland und weltweit. Aber natürlich forschen alle Kolleginnen und Kollegen, die nicht in Ressortforschungsinstituten sind, forschen an den Fragen, die sie selber interessieren. Oder die Fragen, die ihnen angetragen werden, zum Beispiel von der Industrie. Es gibt ja auch viel Industrieforschung, von der wir natürlich total unabhängig sind. Wir haben große Compliance-Regeln, weil wir ja unabhängig beraten sollen. Aber wir haben eben ein bestimmtes Mandat. Das heißt also, wir sind das Gegenteil von Erfüllungsgehilfen, sondern wir haben ganz genau einen Auftrag. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel dieser Covid-19-Pandemie. Ich habe auch den Eindruck, der Grund, warum ich hier bin, ist die Covid-19-Pandemie. Das kann sein, ja. Wenn man sieht, was wir für Papiere erstellen, für Empfehlungen erstellen, für Ratschläge geben, dann beruhen die auf wissenschaftlichem Wissen. Und die werden dann eben den Politikern zur Verfügung gestellt. Und es ist ja klar, dass die nicht immer diese Ratschläge eins zu eins umsetzen können, weil wir ja jetzt in erster Linie den Gesundheitsschutz der Menschen im Auge haben. Das ist ja unsere Aufgabe. Aber es gibt natürlich immer andere Dinge zu betrachten, die dann eben politisch auch entschieden werden müssen. Aber ihr seid praktisch abhängig vom Gesundheitsministerium, oder? Also ich meine, der Minister kann dich entlassen. Der Minister kann mich nur entlassen, wenn ich, ich bin ja Beamter. Also ich bin jetzt Beamter auf tatsächlich Lebenszeit. Er kann dich in den Ruhestand schicken, wenn er unzufrieden ist. Nee, er kann mich eigentlich nur in den Ruhestand schicken, wenn ich wirklich, wie sagt man so schön, goldene Löffel stehle. Also wenn ich wirklich massiv gegen mein Amtsverständnis verstoßen habe und fast schon kriminelle Handlungen vorgenommen habe. Das ist der entscheidende Unterzieht zu einem politischen Beamten. Den kann man tatsächlich entlassen, auch ohne Angabe von Gründen. Aber gerade die Besetzung von diesem Posten, den ich jetzt habe, und das gilt genauso für die, es gibt ja andere Ressortforschungsinstitute, Paul-Ehrlich-Institut oder das BfArM. Wir sind Wissenschaftler und wir sind eben keine politischen Beamten. Die kann man nicht einfach so entlassen. Das heißt, du könntest dem Minister öffentlich widersprechen, du kannst der Regierung öffentlich widersprechen und sagen, ihr macht hier was falsch, ohne irgendwie Angst zu haben, dass du dafür Ärger bekommst. Naja, also öffentlich widersprechen tut man natürlich nur dann, wenn es wirklich Not am Mann ist. Das gehört ja auch dazu. Ärger bekommt man dann selbstverständlich. Du darfst erst sagen, etwas läuft falsch, wenn die Scheiße schon am Dampfen ist. Nein, habe ich das vielleicht falsch ausgedacht? In der Not meintest du jetzt gerade. Ja, in der Not. Vielleicht sollte man, bevor die Not eintritt, sagen. Achtung, Achtung. Ja, also ich denke, hier gibt es einen klaren Bereich, wo man Dinge öffentlich verlautbart und Dinge, die man natürlich intern verlautbart. Das ist ja selbstverständlich. Und ich glaube, ein entscheidender Punkt ist der, dass man in erster Linie mal basiert auf Informationen, Ansagen macht, Empfehlungen gibt und diese Ratschläge zunächst mal intern hält. Und dann gibt es natürlich auch das öffentliche Wesen. Und ich meine, ich bin jetzt ja seit einigen Wochen und Monaten in der Öffentlichkeit und stehe ja Rede und Antwort zu bestimmten Fragen und Inhalten. Und das ist eben in erster Linie inhaltlich geprägt. Das ist das Entscheidende. Aber ich habe jetzt noch nie gehört, dass du neben Spahn gesessen hast und sagst, das ist jetzt falsch, was er sagt. Ich meine, ich habe mal die Frage in der BBK gestellt, wie er zu No-Covid steht. Also Quatsch. Und du bist ja mittlerweile auch ein No-Covid-Anhänger beziehungsweise ein Control-Covid-Anhänger. Und da hast du dich auch gedrückt vor der Antwort. Dann hast du gesagt, hast du irgendwas anderes geantwortet. Nee, also zunächst mal muss man sagen, dass der Minister schon wirklich ein sehr fundiertes Wissen hat und sehr, sehr, sehr stark sich mit dieser Thematik auseinandersetzt. Von daher weiß er einfach viele Dinge und sagt diese Dinge auch mit einem Wissen, das schon beeindruckend ist. Aber nicht so viel wie du. Ich sollte in dem Bereich von dieser Krankheit mehr Wissen haben, ja. Aber wenn du auf No-Covid anspielst, ich denke, No-Covid muss man auch exakt betrachten. Können wir auch gerne darüber reden, noch gleich oder jetzt, was an No-Covid alles mit meinen Ansichten übereinstimmt oder was nicht damit übereinstimmt. Da gibt es Unterschiede und da gibt es eine große Menge von Gemeinsamkeiten. Musst du loyal dem Gesundheitsminister gegenüber sein oder der Regierung? Natürlich habe ich als Beamter eine gewisse Loyalitätspflicht. Das ist ganz klar. Aber beißt sich das nicht mit deiner Unabhängigkeit? Nein, das beißt sich überhaupt nicht mit der Unabhängigkeit. Ich sage es nochmal. Die wissenschaftlichen Fakten, die wir ja entsprechend empfehlen und die wir ja auch niederschreiben zum Beispiel, die kann ja jeder nachlesen. Also diese Papiere sind ja da. Ein bisschen viele sind es inzwischen geworden, das muss man sagen. Übrigens noch ein anderer Punkt, den ich noch gar nicht erwähnt hatte. Der gesetzliche Auftrag des RKI ist eigentlich nur, die Fachöffentlichkeit zu informieren. Also das heißt Ärzte, Ärztinnen und das medizinische Personal. Eigentlich sind wir gar nicht die Institution, die sich an die Bürger wendet. Aber das ist eine Entwicklung, die sich so ergeben hat. Ist auch klar, dass man das nicht immer trennen kann, denn ein Arzt und eine Ärztin ist ja auch ein Bürger. Aber eigentlich unser gesetzlicher Auftrag ist der, dieses Klientel in erster Linie zu bedienen. Da haben wir uns sprachlich wahrscheinlich in den letzten Monaten dann noch ein bisschen angepasst, obwohl wir natürlich mehr Fachgenrein pflegen sollten. Aber nochmal, der entscheidende Aspekt ist der, dadurch, dass wir fachlich fundierte Empfehlungen geben, dann kann es sein, dass aus den Empfehlungen andere Rückschlüsse gezogen werden oder die nicht so umgesetzt werden. Aber das ist ja dann ein transparenter Prozess. Und die Gründe, warum Dinge dann anders getan werden, die werden ja dann von den entsprechenden Politikern auch hervorgebracht, gegeben. Und die muss man ja auch einsetzen. Wir können natürlich nicht immer alles nur dem Gesundheitsschutz unterordnen. Das ist auch verständlich. Es gibt ja andere Behörden in anderen Ländern, die nicht nur Empfehlungen aussprechen können, sondern sogar quasi Regeln aufstellen können. Ja, ist bei uns nicht so. Wäre das gut? Das ist eine Verständnisfrage von dem Aufstellung, den wir haben. Also ich habe in den letzten Jahren, insbesondere seitdem ich diesen Posten habe, immer ganz klar gemerkt, es gibt immer verschiedenste Interessen. Es gibt wirklich viele Interessen. Und diese Interessen, die passen nicht immer zusammen. Und ich denke, wenn das Robert-Koch-Institut Regeln aufstellen würde, die quasi von allen dann durchgesetzt werden müssten, dann wären wir nicht in der Lage, alle diese Aspekte, diese gesamtgesellschaftlichen Aspekte, da noch mit reinzubauen. Wir sind eine Institution, die um den Gesundheitsschutz und die Förderung der Gesundheit der Menschen möglich ist. Nicht eine Behörde für Wirtschaftsschutz. Exakt, nicht eine Behörde für Wirtschaftsschutz. Und das heißt also, wenn wir jetzt nur, wenn unsere Regeln diejenigen wären, die sich komplett überall durchsetzen würden, dann würden wir andere Bereiche missachten. Insofern ist das schon ein gutes Miteinander. Ich meine, du musst auch mal sehen, es gibt ja immer wieder Menschen, die sich äußern, und Gott sei Dank gibt es ja eine sehr, sehr offene Diskussion in unserem Land. Kann ja jeder seine Ansichten sagen. Und dann kommt man oft in Streit, in inhaltlichen Streit hoffentlich, nicht in anderen Streit, also nicht polemisch. Und dann gibt es natürlich immer Reibungspunkte. Und ich meine, das ist exakt der Punkt, wo dann die Politik eben Dinge entscheiden muss. Und das finde ich auch, das ist auch eigentlich der richtige Weg. Ja, aber wenn ihr dauernd RKI-Empfehlungen herausgebt, sagt, so sollte man es am besten machen, und die Politik, also Bundesregierung, Landesregierung, das im Groben ignorieren, wozu bräuchtet es euch denn? Ich meine, ihr habt letztes Jahr im Herbst Empfehlungen zu Schulen gemacht, also Verkleinerung der Klassen, teilweise Schulschließungen und so weiter. Das hat jedes Bundesland ignoriert. Ja, das ist unerfreulich. Ja, das ist unerfreulich. Aber deshalb gibt es diese Empfehlung immer noch auf unserer Website. Und sie sind immer noch genauso richtig, wie sie vorher gewesen sind. Aber ihr stellt die denn rauf, mit dem Wissen, wird die eh nicht interessieren? Das denke ich nicht. Sondern hier waren ja, also letztes Jahr war die Situation so, dass die Bedeutung der Schulbildung ist natürlich ein hohes Gut, ist ja klar. Und wie das umgesetzt wurde, also inzwischen, denke ich, wissen die Mehrheit der Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben, dass man auch Kinder schützen muss und besser schützen muss. Und das wird auch inzwischen getan. Klar, wäre schön gewesen, wenn es früher geschehen wäre. Aber ich noch mal, wenn es darum geht, jetzt hier einen Konflikt oder so beizureden, diese Empfehlungen gibt es immer noch. Sie sind immer noch genauso richtig und gut und sie werden auch zunehmend durchgesetzt. Das muss man auch ganz klar sagen. Also wir haben die Empfehlungen nicht geändert. Wenn wir die Empfehlungen ändern, dann immer nur dahingehend, dass wir sie eben erweitern. Es gibt ja immer wieder neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Und das werden wir natürlich auch weiter tun. Und ein gewisses Frustrationspotenzial muss man in jedem Job haben. Nur der entscheidende Punkt ist der, wir ändern die Empfehlungen aufgrund von wissenschaftlichen Daten und Informationen. und ich kenne genauso Schulen, die diese Empfehlungen sehr, sehr stringent umgesetzt haben. Also es gibt ja auch da einen großen Strauß von Möglichkeiten. Insofern weiß ich, dass es viele Schulleiter gibt, die sich über unsere Empfehlungen sehr gefreut haben. Aber wir reden jetzt über die Politik, über die Kultusminister, über die Regierung und so weiter. Die haben jetzt in die Bundesnotbremse geschrieben, Inzidenzwert muss erst 165 überschreiten, wenn die Schulen zu machen. Das passt nicht zu den Empfehlungen des RKI. Absolut, ja. Und das denke ich, habe ich auch öffentlich gesagt, kann ich auch nur wiederholen. Wie kann das denn sein, dass das so in ein Gesetz landet? Ja, das sind Kompromisse, die geschlossen werden. Also Kompromisse, die mir natürlich auch nicht gefallen. Aber wer hat da mit wem Kompromiss geschlossen, dass das auf 165? Das kann ich dir nicht sagen. Also ich war ja bei diesen Verhandlungen nicht dabei. Aber diese Höhe der Inzidenz ist falsch aus eurer Sicht? Die ist zu hoch. Ja, natürlich. Ich meine, wir sagen seit vielen Wochen und Monaten, wo unsere Grenzen sind. Wir haben ja einen Control-Covid entwickelt. Das haben wir, glaube ich, im März dann auf die Website gestellt. Das haben wir über die Weihnachtstage, also angefangen im Dezember, als es genug Evidenzen gab, genug Publikationen, Wissen, was denn gut oder schlecht ist oder was funktionieren könnte oder nicht, haben wir das bearbeitet im Zeitraum von rund zwei Monaten. Ja, keine Frage, dass wir uns wünschen würden, dass diese Maßnahmen früher greifen. Aber das sagen wir und das bleibt ja auch so. Ist irgendeine RKI-Empfehlung jetzt in dem neuen Gesetz gelandet, wo du sagst, das ist, da freuen wir uns? Also zunächst mal freuen wir uns natürlich, dass überhaupt eine Notbremse da ist. Das muss man mal klar sagen. Und ich muss jetzt passen. Ich habe das nicht alles im Kopf, was wir alles schon empfohlen haben und was da drin gewesen ist. Fakt ist, dass bestimmte Maßnahmen, die ja dann durchgeführt werden, Empfehlungen von uns entsprechen. Aber Fakt ist auch, dass wir geringere Inzidenzen wünschen, wann diese Dinge greifen. Man muss natürlich sagen, dass sich auf Dauer mit steigendem Impfstatus wird man diese Inzidenz natürlich auch wieder anpassen müssen. Also das ist ja auch ein momentaner Status. Kann ja sein, dass sich das noch ändert. Gerade bei den Kindern, die werden ja jetzt noch nicht so schnell geimpft. Ja, ganz genau. Ganz genau. Das ist einer der Gründe, warum die Inzidenzbremse für die Kinder zu hoch ist. Die könnten dann durchseucht werden und wer weiß was. Long Covid hört ja nicht bei den Erwachsenen auf. Leider ist das so, ja. Also die Kinder sind eine Gruppe von Individuen, die zwar insgesamt seltener Krankheiten bekommen, das ist klar und das ist auch inzwischen ganz klar wissenschaftlich belegt. Aber natürlich werden auch Kinder krank. Natürlich können auch Kinder das Virus weitergeben. Und es gibt auch Fälle von Long Covid bei Kindern. Aber das sind nur sehr, sehr kleine Stückzahlen. Da gibt es keine wirklich guten Daten drüber. Aber prinzipiell sollten wir unsere Kinder schützen. Das ist der Grund, warum wir diese Empfehlung rausgegeben haben. Und ich weiß ja auch, dass es viele Klassen gibt und Schulen gibt, wo Konzepte stringent durchgeführt werden. Das hängt nicht nur immer vom Land ab. Es gibt wirklich eine Menge Menschen auf der lokalen Ebene, die sich dem widmen. Es gibt auch hier wirklich eine Menge Aktivitäten. Aber wäre schön, wenn es überall so wäre. Aber ist ja lustig, je kleiner die Ebene wird, desto mehr verantwortungsbewusste Menschen gibt es. Einzelne Leute. Aber je höher du gehst, desto unverantwortlicher wirst. Ich meine, du hast gerade gesagt, ihr habt eine RKI-Empfehlung für die Schulen gegeben, damit die Kinder geschützt werden. Diese Empfehlungen wurden ignoriert. Das heißt, die Kinder werden jetzt nicht geschützt. Also ich will nochmal sagen, ich bin mir nicht sicher, ob die Empfehlungen überall ignoriert wurden. Du konntest jetzt kein Beispiel nennen, was in der Bundesnotbremse von euch drin steht. Ja, das ist korrekt. Also der entscheidende Punkt ist der, dass natürlich dieser Verlust durch Bildung ist natürlich ein riesen volkswirtschaftlicher Verlust und die Entwicklung der Kinder ist natürlich auch nicht zu verachten. Also viele reden in dem Zusammenhang etwas unsentimental von Kollateralschäden. Das ist kein schöner Begriff, aber den gibt es natürlich. Und diese Abwägung muss man ja dann treffen. Und wenn es genügend Konzepte gibt, zum Beispiel Testkonzepte für Schulen oder so, dann kann man ja das Risiko verringern. Man kann das ja tun. Das heißt also, man kann Schulen auch offen halten mit einem guten Testkonzept, was wir ja auch damals drin hatten in diesen Empfehlungen. Also es gibt ja Möglichkeiten, man, ich denke, das fällt mir in der Diskussion auch oft auf, diese Schwarz-Weiß-Malerei, die ist natürlich, die ist nett, diese Fokussierung ist auch medienwirksam, aber es gibt natürlich eine Menge Graubereiche, wo man Dinge tun kann, um ein Risiko zu reduzieren und das kann man tun und auch Schulen dann offen lassen. Wir reden jetzt ja mit dir als RKI-Präsident, nicht als Bildungsminister oder Politiker oder Bundeskanzler. Du hast ja diesen Dolomiten-Vergleich kurz bevor die Notbremse verabschiedet wurde gebracht. Ja. Willst du den nochmal erzählen? Naja, der Vergleich, den ich übrigens mit Herrn Halleck abgesprochen habe, der Herr Halleck hat diese Idee gehabt, die habe ich von ihm, diese Idee, also darum, wenn man um eine scharfe Kurve fährt, von der man weiß, dass man sie nur mit 30 nehmen kann, wenn man dort mit 100 reinfährt, dann ist die Gefahr groß, dass man von der Straße abkommt und in Dolomiten ist das dann besonders tragisch, der Ausgang, weil eben rechts irgendwie der Abhang runtergeht, dann kann auch eine Notbremse nicht mehr helfen. Ja, das war ein sehr schönes Bild aus meiner Sicht und ich denke, damit haben wir auch alles gesagt. Wofür steht der Abhang? Der Abhang steht dafür, dass eben zu viele Menschen infiziert werden. Das ist gar keine Frage. Und die Überbelastung oder der Kollaps des Systems, des Gesundheitssystems. Was ist damit gemeint? Ja, diese Begrifflichkeit ist ja eigentlich eine schöne Analogie. Ja, also die Begrifflichkeit der Überlastung, die Mehrheit der, ich glaube, die Mehrheit der Bundesbürgerinnen, Bürger schaut da drauf, dass sie auf diese Intensivstation schaut und quasi den Begriff der Triage im Kopf hat, dass man also Menschen, die ins Krankenhaus kommen, nicht mehr mit der volle medizinischen Versorgung betreuen kann. Und das ist natürlich ein Endpunkt. Das ist ein Endpunkt, den wir hoffentlich niemals erreichen. Ich bin auch relativ zuversichtlich, dass wir den nicht erreichen. Aber es ist natürlich zynisch, so lange zu warten. Wir würden natürlich immer lieber vorne viel weniger Infektionen haben. Und das heißt also, wenn man nur auf diese Intensivstation schaut, dann schaut man ja auf den Endpunkt. Und dieser Endpunkt, der ist, das ist ein wichtiger Marker für eine bestimmte qualitative oder quantitative Belastung eines Systems. Aber wir würden natürlich viel mehr in die Prävention reingehen. Aber nochmal, das ist eben diese Abschätzung. Aber du sagst ja damit, wir fangen erst an zu bremsen, wenn wir die Klippe erreicht haben. Eigentlich musst du ja, bevor wir die Klippe sehen, musst du ja schon anfangen zu bremsen, damit du vor der Klippe zum Stehen kommst. Und wir fangen jetzt erst an zu bremsen, wenn wir quasi kurz vorm Fall sind. Ja, aber jetzt wollen wir mal die Diskussion der letzten Monate betrachten und auch das Verhalten der Menschen betrachten in unserem Land. Dann sehen wir natürlich, dass auch unabhängig davon viele Menschen sehr, sehr verantwortungsbewusst damit umgehen. Aber wir reden jetzt nicht über die einzelnen Menschen, wir reden über die Politik und die, die du berätst. Die Kompromisse findet, ja. Und der Kompromiss ist, wir bremsen erst, wenn es zu spät ist. Ja. Das ist doch verrückt. Ja, es ist, es ist, sagen wir mal so, ich bin darüber nicht glücklich, ja, klar, aber das ist eben der Kompromiss, der zurzeit gefunden wird und hinter dem du nicht stehst. Nee, natürlich nicht. Also die Zahl, wie gesagt, wir haben ja klare Empfehlungen herausgegeben, für uns wäre eine frühere Bremse sinnhafter, ja. Hast du schon mal an Rücktritt gedacht, weil du das nicht mehr vertreten kannst, was beschlossen wird? Also nochmal, das ist ja nicht meine Position. Meine Position ist ja die des Beraters. Ja, und das wird nicht gehört. Ja, aber, da kannst du ja irgendwann sagen, ich trete aus Protest zurück, ist ja egal, was ich sage. Das ist nicht egal, es sind ja viele Dinge, die umgesetzt werden, die in unserem Sinne umgesetzt werden, gerade in der ärztlichen Praxis, in der Durchsetzung der Impf, also wenn es um Impfen geht. Überall da, wo die Politik jetzt nicht reinreden kann. Nein, das stimmt ja gar nicht. Ich meine, es gibt ja eine Impfverordnung, die wird ja ebenfalls von der Politik gemacht. Es sind ja alle Verordnungen, die in den letzten Wochen und Monaten erlassen wurden, die fachliche Meinungen mit beinhalten. Insofern. Es gibt einige Empfehlungen, die umgesetzt werden, aber die meisten Empfehlungen werden nicht umgesetzt oder ignoriert. Das würde ich so nicht sagen, ich habe die noch nicht durchgezählt, es sind sehr, sehr viele Dinge umgesetzt worden. Wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass es auch eine Reihe von Maßnahmen gab, also die Grundmaßnahmen, die Maskenpflicht, die Grundmaßnahmen der zeitlichen Zusammenhänge zu Menschen, die Kontaktreduktion. Diese Grundaspekte, die ja unheimlich wichtig sind für das ganze Bekämpfungsregime, werden ja einhellig getragen. Es gibt eine Reihe von Dingen, die gemacht werden. Also nur, wenn etwas nicht gemacht wird, was man gerne hätte, wenn man da immer zurücktreten würde, ich glaube, dann gäbe es in unserem Land eine Menge Menschen. Hast du mit dem Gedanken mal gespielt? Nein, warum soll ich mit dem Gedanken spielen? Also wir bleiben fachlich. Weil du vielleicht deine Integrität als Wissenschaftler behalten willst. Ja, aber die ist doch dadurch nicht, dadurch, dass wir wissenschaftliche Ergebnisse kommunizieren, ist doch unsere, und dann, die teilweise in eine Aktion münden, ist doch die Integrität nicht. Die Integrität wäre gestört, wenn ich meine wissenschaftliche Meinung ohne wissenschaftliche Begründung ändern würde, dann hätte ich meine Integrität verloren. Aber doch nicht so. Ich fand den Dolomiten-Vergleich aber trotzdem super, habe auch mal ein bisschen jetzt die letzten Tage überlegt, wie man das so ummünzen kann. Zum Beispiel irgendwie, es gibt ja auch in einer Stadt oder im Dorf Geschwindigkeitsbegrenzung. Hat ja einen guten Grund, warum man nicht mit 200 Sachen durchs Dorf rasen darf, sondern dass es da mit 50 oder 30 Geschwindigkeit geht. und aktuell ist es ja so, wenn man das auf die Notbremse bezieht, die Regierung sagt, also mit 100 Sachen kann man noch durch die Stadt fahren, obwohl ihr sagen würdet, naja, 50 wäre dann doch schon besser, 50 kmh oder 30 kmh und insbesondere vor den Schulen am besten Schrittgeschwindigkeit und jetzt ist das Tempolimit vor der Schule 165 kmh und im Rest der Stadt 100 kmh und die Betriebswagen haben sogar gar keine Geschwindigkeitsbegrenzung, die können rasen, wie sie wollen. Und du willst aber eine Schrittgeschwindigkeit in der ganzen Stadt. Ja. Aber der Vergleich ist natürlich sehr, sehr simpel gemacht, ja, ist ja klar. Wir wollen ja viele mitnehmen, die das... Naja, aber ich will ja nochmal sagen, es gibt ja eine Menge von Maßnahmen, die im Hintergrund immer noch laufen. Das darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt eine Menge von Maßnahmen, die im Hintergrund immer noch laufen und die unheimlich wichtig sind und die nicht vergessen werden dürfen. Ja, weil so eine Geschwindigkeitsbegrenzung sind ja dazu da, Unfälle zu vermeiden. Ein Auto soll nicht durch die Stadt rasen, damit es keine anderen Autos kontaktiert oder infiziert mit einem Unfall oder andere Menschen oder die Spaziergänger und so weiter und so fort. Und darum ist es ja sinnvoll, 30 kmh zu fahren oder vielleicht wie bei dir 10 kmh und die Politik sagt, du Loda, die können an der Schule ruhig mit 165 vorbeibrettern. Ja, also ich denke nicht, dass das die sagen, sondern das sind ja schon Maßnahmen, die vorher getroffen werden. Wir reden ja bei 165 davon, dass die Schulen geschlossen werden sollen. Also es ist schon ein Unterschied, ob ich mit 165 fahre oder ob ich vorher schon bestimmte Vorsichtsmaßnahmen habe und die sind nicht. Aber die Verkleinerungen der Klassen sind jetzt auch nicht da. Ja, aber manche Schulen machen das. Also ich würde es nur mal sagen. Manche, nicht alle. Ja, klar, klar. Dick Brockmann hat hier mal gesessen und meinte, die Strategie der Regierungen in Deutschland ist Glück. Das Prinzip Hoffnung. Würdest du damit mitgehen? Ne, damit kann ich nicht mitgehen. Sie hoffen immer auf das Beste. Wird schon, wird schon, wird schon. Also zunächst mal denke ich, dass wahrscheinlich alle Menschen oder die Mehrheit der Menschen hofft auf das Beste. aber das ist ja nicht, das ist, das ist ja. Hope for the best, prepare for the worst, heißt es doch. Ganz genau. Das ist genau das, was ich sagen wollte. Das heißt also, ich will es noch mal sagen. Es werden eine Menge Dinge in unserem Land gemacht, die dazu führen, dass wir die Infektionsinzidenzen runterdrücken. Und das Wichtigste und das sollten wir wirklich nicht vergessen, das Wichtigste ist wirklich das Tragen von Masken, die Reduktion von Kontakten und die Abstände, die man hat und die, das sind die wichtigsten Grundvoraussetzungen. Und dazu ist natürlich die Impfung gekommen, die in den, ja inzwischen auch seine Wirkung hat oder ihre Wirkung hat. Also da gehört, das ist deutlich mehr als nur nach Glück fahren. Der Bockmann meinte, wir spielen gerade russisch Roulette, wo in jeder, in der Waffe, in jeder, also überall Patronen drin sind. Wir können es nur falsch machen. Den Vergleich kann ich, dem kann ich mich nicht anschließen. Du hast ja den Tulumiten-Vergleich gebracht mit dem Abhang. Der ist ja ähnlich. Lebensgefährlich. Beide sind lebensgefährliche Vergleiche. Ne, aber die Strategie war ja immer, wenn du die Politik fragst, Merkel, Spahn und so weiter, wir wollen unser Gesundheitssystem nicht überlasten. Früher hieß es noch so von einem Jahr, wir müssen auch die Kontaktverfolgung sicherstellen. Ja, die ist ja auch, ich meine, also, das ist ja auch eine der Maßnahmen, die... Also, das höre ich, seit ein paar Monaten höre ich diese, diesen Teil der Strategie nicht mehr, dass wir die Kontakte nachverfolgen müssen, weil das war ja an einer Inzidenz gekoppelt. Ne, also, das ist, das ist jetzt wieder, das ist eine Wahrnehmung. Wir arbeiten natürlich an der Kontaktnachverfolgung genauso weiter wie vorher. Die Gesundheitsämter, die Gesundheitsämter werden besser ausgestattet, es gibt nach wie vor die Containment-Scouts, die unterstützen, es gibt nach wie vor im Bereich der Digitalisierung Bemühungen, das zu stärken. Also, das ist ja das, was ich sagen möchte, wie die Corona-Warn-App läuft und wird kontinuierlich auch erweitert. Also, es gibt eine Reihe von Maßnahmen, die ja wirklich, wenn wir uns das letzte Jahr anschauen und wenn wir uns heute anschauen, die wir jetzt schon als gegeben sehen und die dürfen wir auch nicht einfach negieren. Also, dass wir darüber nicht ständig sprechen ist dann vielleicht ein Fehler, weiß ich nicht, ob es kommunikativ vielleicht besser wäre, das zu tun. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass diese Dinge alle laufen und das Zweite, was wir auch nicht vergessen dürfen, ist wirklich, und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Unterschied zum letzten Jahr, dass wir inzwischen ja auch deutlich mehr Wissen über dieses Virus haben und auch die Menschen in der Bevölkerung deutlich verantwortungsvoller damit umgehen, die Mehrzahl der Leute. Und das ist ja auch ein Aspekt, den man auch nicht vergessen sollte. die müssen ja auch mitgenommen werden und ich denke, dass die Mehrheit der Leute das wirklich versteht, was sie zu tun haben. Aber wir reden jetzt ja nicht über die Bürger, wir reden über die Politik, die eure Empfehlungen entweder umsetzen oder ignorieren oder vielleicht sogar das Gegenteil machen. Wir reden auch über, also wir reden... Bis welche Inzidenz kann man Kontakte nachverfolgen in Deutschland? Das kommt ganz darauf an, auf die regionalen Gegebenheiten. Es gibt Gesundheitsämter, die sind extrem wirkmächtig, zum Beispiel das in Frankfurt, das Gesundheitsamt von der Stadt Frankfurt. Die können mit Sicherheit hohe Inzidenzen noch gut nachvollziehen. Hochheiz? Da geht es auch weit über 100, 200 wahrscheinlich in diesem Gesundheitsamt. Das kommt natürlich auch darauf an, die Inzidenz hängt ja auch davon ab, ob es zum Beispiel ein großer Ausbruch ist. Dann hat man vielleicht eine hohe Inzidenz, aber nur ein lokales Geschehen wie damals in Gütersloh. Also dieser Inzidenzwert, der stellt sich ja auch immer aus verschiedenen Entitäten da und andere Gesundheitsämter schaffen das wahrscheinlich nicht. Das ist auch eine große regionale Unterschiede und es hängt vom Verlauf ab, aber man muss ja Werte einziehen, die dann natürlich nicht immer im lokalen Hintergrund genau stimmen. Das ist ja auch einer der Probleme, vor denen man steht, wenn man bundeseinheitliche Regeln vorgibt. Aber aktuell können die Gesundheitsämter im Gro in Deutschland die Kontakte nicht mehr nachverfolgen? Ja, wir haben momentan durch eine Inzidenz von bundesweit 160, also ich weiß nicht, ob du das im Kopf hast, also wir haben ja oben im Nordwesten haben wir ja relativ gute Zahlen, relativ niedrige Inzidenzen, im Südosten insbesondere haben wir teilweise sehr hohe Inzidenzen, dann gibt es natürlich auch regionale Unterschiede. Das heißt also, in manchen Bereichen geht das gut, in anderen schlechter. Aber da muss man dann wirklich immer die lokalen Entscheider, die müssen das ja wissen und die melden ja auch, ob sie überlastet sind oder nicht, das wird ja auch erfasst. Das heißt also, das ist nicht so trivial, das über einen Kamm zu scheren. Aber du hast ja auch letztens in der BBK gesessen und hast dich beschwert, dass die Verantwortungsträger in der Politik die Entscheidung auf die einzelnen, auf die lokalen Entscheidungsträger wegdelegieren. Und jetzt sagst du auch, ja, aber da gibt es doch welche. Da gibt es doch welche. Ich möchte es nochmal deutlich machen. Es ist ein Mix von beidem, es ist klar und ich würde mir wünschen, dass die Inzidenzen, wo bestimmte Dinge geschehen, dass die niedriger werden. Das ist so, klar. Welchen Inzidenzwert hättest du denn in die Bundesnotbremse geschrieben? Naja, wir hatten anfangs die Werte von 50 und 35. Das waren Werte, über die wir uns die ganze Zeit unterhalten haben. Inzwischen muss man aber auch sagen, dass eben viele Gesundheitsämter definitiv handlungsmächtiger geworden sind, besser geworden sind. Wir haben allerdings ein Control-Covid-Konzept ins Netz gestellt, wo für uns 50 nach wie vor ein sehr relevanter Wert ist. Wir sind dabei, dieses Konzept zu bearbeiten und zwar hängt das natürlich auch ab von der Impf-, von der Menge der Menschen, die durchimpft sind. Und das heißt, wir werden diesen Wert wahrscheinlich in der Zukunft etwas höher setzen können, wenn in Abhängigkeit von der Durchimpfungsquote der Menschen. Aber wie der aussehen wird, das weiß ich momentan noch nicht. Über Control-Covid, No-Covid können wir gleich nochmal reden. Ganz kurz nochmal zur Strategie zurück. Da ist ja, die Überlastung des Gesundheitssystems darf nicht passieren. Ist das eigentlich ein geeigneter, geeignetes Ziel? Ja. Also eine geeignete Strategie? Weil wenn, heutzutage ist ja, okay, die Intensivstationen sagen schon, okay, wir haben keine Betten mehr, wir sind quasi kurz vor der Überlastung und trotzdem wird ja erst, da waren wir ja vorhin, erst gebremst, wenn die Überlastung da ist. Also eigentlich musst du ja mindestens zwei Wochen vorher bremsen, weil du mir ja mit einberechnen musst, dass schon, dass zwei Wochen später erst der Höhepunkt ist. Naja, bisher, wie gesagt, bisher ist dieses System nicht überlastet gewesen. Das heißt, dieses Ziel wurde bisher immer erreicht und ich gehe auch davon aus, dass es weiter erreicht bleibt. Nur ich kann nochmal sagen, ich wäre froh, wenn weniger Menschen insgesamt dorthin kämen. Aber das sind die Mehrheit der Leute, sind ja genauso froh darüber. Ich meine, selbst wenn das Gesundheitssystem und die Menschen, die darin arbeiten, noch nicht vom Kollaps stehen, die Leute sind ja trotzdem völlig überarbeitet. Ich meine, ich weiß nicht, ob du diese Charité-Doku kennst vom RBB. Ja. Nee, nochmal. Und die Politik sagt, naja, also solange ihr da jetzt niemanden nicht behandeln könnt, macht einfach mal weiter. Bräutet euch aus. Ich kann das so nicht hören, dass die Politik so etwas sagt. Ja, sie sagen es nicht. Ja, eben, sie sagen es nicht. Das meinen sie ja. Nein, aber ich habe vielmehr den Eindruck, dass wirklich viele Menschen nicht verstehen, wie die Zustände dort sind. Weil die teilweise sehr einfach in Zahlen denken und in Prozentzahlen und in Anzahl von Betten. Und ich habe eigentlich vielmehr die Sorge, dass es gibt einen relevanten Teil, zumindest nehme ich das wahr, in der Bevölkerung, die diese Problematik negiert und denkt, man könne eben das so weiterlaufen lassen und dann würde das im Krankenhaus abgefangen. Und diese Menschen verstehen nicht, dass da nicht nur eine reine Kapazität von irgendwelchen Ressourcen ist, von Betten oder von Sauerstoffflaschen oder von Medikamenten, sondern dass dahinter eben Menschen stehen, die total ausgelastet und überlastet sind, die auch geschont werden müssen. Aber ich will noch mal sagen, es gibt die Mehrheit der Politiker in diesem Land, die weiß das genauso und wünscht das genauso nicht. Aber ich will es noch mal sagen. Aber sie helfen den Leuten in den Krankenhäusern nicht. Es gibt Kompromisse, die man eben zu schließen hat im politischen Bereich. Und was heißt, sie helfen den Leuten im Krankenhaus nicht? Sie könnten ja jetzt schon bremsen, sie könnten jetzt schon einen richtigen Lockdown, wie du sagst. Das würde den Leuten auf den Stationen helfen. Das würde den Leuten auf den Stationen helfen, aber es gibt eben andere Bereiche, die dann anders mehr leiden würden. Das ist diese Abwägung, die man eben hat. Bildungsbereich, Bereich Arbeitsproduktion des Gewerbes ist ja klar. Aber du bist ja jetzt ja nicht Wirtschaftsminister. Nein, das sage ich ja. Darum sitze ich ja hier als RKI-Präsident, klar. Wie kann man eigentlich als Tierarzt RKI-Präsident werden? Man bewirbt sich, dann gibt es ein Auswahlverfahren und dann wird man ausgewählt. Muss das nicht ein Humanmediziner sein? Die Ausschreibung ist ein Biologe gewesen, ein Biologe, Mediziner oder Tierarzt. Und der Grund ist eigentlich, glaube ich, relativ trivial. Ein großer Teil, das sieht man jetzt, der Arbeit befasst sich ja mit Epidemiologie, also es ist ja ein Public Health Institute, es geht weniger um Erkrankung von einzelnen Menschen, von Individuen, sondern es geht mehr um Populationsgeschehen, also um epidemiologisches Geschehen. Da ist die Ausbildung der Tiermediziner deutlich fundierter als die Ausbildung der Humanmediziner. Aber ich hätte gedacht, das gibt so eine Satzung, Robert Koch hat sich das damals ausgesagt, hier kommt immer nur ein Humanmediziner ran. Also Robert Koch hat auch Tiermediziner promoviert, auch schon damals. Irgendwann gab es damals einen extrem hohen Overlap zwischen Tier- und Humanmedizin. Also auch Koch hat selber in der Tiermedizin mitgearbeitet. Er hat ja den ersten Erreger, den er gefunden hat, wo er bewiesen hat als erster Mensch überhaupt, dass ein Erreger eine Krankheit macht. Das war Milzbrand. Das hat er ja gezeigt bei Schafen und Ziegen und nicht bei Menschen. Also das heißt, das ist der eine Aspekt, dieser epidemiologische Aspekt. Der andere Aspekt ist der, dass man einen Fachmann in Infektionskrankheiten suchen, oder es waren nicht nur, ich weiß nicht, ich denke, es waren nicht nur Fachleute in Infektionskrankheiten, aber auch wenn es um Infektionskrankheiten geht, ist es nicht schlecht, wenn man dort eine fundierte Ausbildung hat. Und ich war ja 17 Jahre lang Uniprofessor, ich war fast 30 Jahre an Universitäten und habe mich nur mit Infektionskrankheiten befasst. Das heißt also, gerade diese Dinge, die jetzt geschehen und gerade diese, das Verständnis von Infektionskrankheiten, von Populationsdynamik, von Evolution, von Krankheitserregern, das bringe ich in einem hohen Maße mit und ich weiß nicht, warum ich ausgewählt wurde, aber ich war einer von, ich weiß auch nicht, wie viele sich beworben haben und ich bin eben übrig geblieben. Sie müssen die, die das ausgewählt haben, fragen, warum sie mich genommen haben. Wie du es uns bringt. Ja, wie du es uns bringt. Ja, aber es gibt ja auch mal, du bist eine öffentliche Person und viele, selbst die dich nicht mögen oder deine öffentliche Person nicht mögen, sind immer so, was macht denn ein Tierarzt beim Robert-Koch-Institut? Tja, also vor mir, das widerspricht sich nicht, richtig? Nein, das widerspricht sich nicht. Nein, überhaupt nicht. Also es war schon Biologe, war schon Robert-Koch-Institut und ein Arzt war auch schon Robert-Koch-Institut Präsident. Aber ja, die Fachkenntnis ist der entscheidende Punkt und natürlich leitet man ein Institut mit einer Menge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und deren Fachwissen geht ja in die ganze Meinung, die man nach außen vortritt, ein. Ich denke, das ist auch noch ein wichtiger Aspekt, um zu verstehen, vielleicht wie wir arbeiten in so einer Krise. Wir haben ja einen klaren Krisenmodus, wir haben bestimmte Strategien, wie man dann Strukturen im Haus aktiviert und jetzt sind halt alle Strukturen aktiviert, die man braucht. Dann hat man einen Krisenstab, wo wir uns dreimal die Woche immer zwei Stunden, am Anfang haben wir uns fünfmal die Woche zwei Stunden getroffen, virtuell, anfangs noch physisch, nur noch virtuell und dann werden bestimmte Probleme in Arbeitsgruppen bearbeitet, dann werden Vorlagen erstellt, also Konzepte, Ideen, Papiere, die bespricht man dann in diesem Krisenstab und dann werden die dort abgestimmt, konsensual und dann werden die rausgegeben. Und das heißt, neben der eigenen Qualifikation, die man hat, fachlich, hat man natürlich diese ganzen Fachleute, mit denen man sich ständig unterhält und das heißt, die Meinungen, die man vertritt, die sind ja in einem hohen Maße natürlich von den Diskussionen geprägt, nicht nur innerhalb des Hauses, sondern auch mit Kollegen und Kolleginnen außerhalb und auch im Ausland. Also das alles gehört ja dazu und das Fachwissen entscheidet. Wenn wir weniger die Ab... Ich meine, ich glaube, inzwischen ist es so bei, wenn ich richtig informiert bin, ich glaube, 35 Prozent der Menschen haben irgendwann mal einen Beruf erlern und sind später in einem anderen Beruf oder zumindest der jungen Menschen in einem anderen Beruf gelandet. Also das ist nichts, was sich ausschließt. Aber wenn du jetzt morgen nicht mehr LKI-Präsident wärst, könntest du eine Tierarztpraxis eröffnen? Theoretisch könnte ich das ja, aber ich würde es... Könnte ich mit meiner Katze kommen und sagen, Lothar, ist die krank? Ja, also ich würde aber keine Tierarztpraxis eröffnen, weil ich einfach das Fachwissen nicht mehr habe, weil ich jetzt seit 30 Jahren Infektionsmediziner bin. Das wäre fahrlässig und auch deine Katze würde das nicht zuträglich sein. Schade. Wolltest du in deiner Kindheit schon immer Tierarzt werden? Nein, das kann man so nicht sagen. Ich habe mich für verschiedene Dinge beworben und habe dann einen Platz bekommen und dann hat mir das so viel Freude gemacht. Wo hast du dich noch beworben? Ach, das waren ganz verschiedene Bereiche. Also Luft- und Raumfahrtechnik, Landespflege, Bierbrauereiwesen, also viele verschiedene Interessen. Bierbrauer? Lothar der Bierbrauer, das wäre ja auch was gewesen. Ja, wäre auch nicht schlecht. hättest du Drogenbeauftragter werden können. Wo kommst du eigentlich her? Aus Königswinter, Oberpleist, das ist im Siebengebirge, Rheinland, in der Nähe von Bonn. Also du bist ein Wessi. Ja, ich bin ein Wessi. Gibt es das noch, Wessi, Ossi? Ja, ich bin ja ein Ostdeutscher. Okay. Und wie bist du aufgewachsen? Was haben deine Eltern gemacht? Ja, mein Vater war Tierarzt, tatsächlich, ja, und meine Mutter war Landwirtin, aber ist dann, letztlich hat sie diese Tierarztpraxis dann eben gemanagt, weil das ja ein sehr aufreibender Job war. Also hast du deine Familientradition weitergeführt? Das ist korrekt, ja. Sogar mein Großvater war schon Tierarzt, ja. Und sind die jetzt seit 30 Jahren sauer, dass du nicht mehr Tierarzt bist, sondern dich für Infektionsgeschehen interessierst? Also ich, also zum einen sind meine Eltern verstorben, schon vor etwa 2011 sind sie verstorben. Und eigentlich sauer waren die nie. Ich meine, Eltern, die ihre Kinder mögen, sind happy, wenn es ihnen gut geht, denke ich. Und wenn sie das machen, was ihnen Freude macht. Wo hast du denn studiert? In München und in Berlin. Und in Regelstudienzeit? Oder hast du dir Zeit gelassen? Nee, ich habe mir keine Zeit gelassen. Warum? Ja, warum? Wolltest du so schnell wie möglich fertig werden? Zum einen wollte ich meinen Eltern möglichst nicht so lange auf der Tasche liegen. Hast du BAföG bekommen? Nee, nee, nee. Habe ich aber auch nicht beantragt, muss ich ehrlich sein. Also mein Elternhaus ist in der Lage gewesen, mir das zu finanzieren. Und die haben gesagt, jetzt beeil dich mal. Nö, das ist selbstverständlich. Also das haben auch meine beiden Geschwister genauso gehandelt. Und wenn ich was anfange, will ich es einfach zu Ende bringen. Also insofern ist das für mich selbstverständlich klar. Worüber handelte deine Doktorarbeit? Oh ja, da ging es um einen Begriff, den man damals noch nicht kannte, die angeborene Immunität. Das hieß damals noch anders. Das waren erst die Anfangsschuhe davon. Aber das war eine Arbeit, da habe ich quasi nachgewiesen, dass man, wenn man mit abgetöteten Erregern Tiere behandelt, dass die dann gegen andere Erreger weniger empfänglich sind. Das waren so die Anfänge der angeborenen Immunität. War das was Neues? Hast du da was Neues in die Wissenschaft gebracht? Ja, jede Doktorarbeit bringt was Neues. Aber die Erkenntnisse, die ich dazu beigetragen habe, waren sehr deskriptiv, muss ich sagen. Würde man heute intelligenter lösen. So, dann warst du fertig, hast deinen Doktortitel gehabt, bist Tierarzt gewesen. Warum hast du denn keine Tierarztpraxis aufgemacht? Ganz einfach, weil ich allergisch bin gegen Tiere. Und das ist meiner Gesundheit nicht zuträglich dann. Du bist Tierarzt geworden und bist allergisch gegen alle Tiere? Gegen viele. Also gegen viele Tierhaare, ja. Aber der entscheidende Punkt ist ja der, als Akademiker kann man ja auch in die Forschung gehen. Es gibt ja, also dieser Beruf des Tierarztes wird immer damit assoziiert, dass man wie James Harriot Katzen streichelt und gesund macht. In die Kuh, den Arm reinstecken. Ganz genau, ja. Aber es gibt tatsächlich eine Menge Tierärzte, die in der Forschung unterwegs sind und zwar in allen möglichen Bereichen. Insofern ist das eine akademische Studie, mit der man viel machen kann. Da kommst du nicht an irgendeine Felle ran oder Tierhaare, sodass du… Nee, ich habe seit vielen Jahren nichts mehr mit Tieren zu tun. Finde ich irgendwie ein bisschen lustig, dass du allergisch bist. Ja, das war überhaupt nicht lustig. Das war das Gegenteil von lustig. Aber wie gesagt, von vornherein stand dann eben, war klar, dass es einen wissenschaftlichen Bereich gibt. Da gibt es ja unheimlich viele Möglichkeiten als Tierarzt. Ja, und was hast du gemacht? Hast du denn irgendwo eine Stelle gesucht? Du bist ja bei der FU dann irgendwann gelandet, ne? Ja, ich habe in München das Studium abgeschlossen, habe dort dann Wehrdienste erst gemacht nach dem Studium. Ich bin vorher zurückgestellt worden, aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen konnte. Wann bist du zur Bundeswehr oder warum hast du jetzt Zivildienst gemacht? Nee, für mich war das Selbstverständlichkeit, dass ich zur Bundeswehr ging. Wann war das? War das noch vor der Wende? Ja, ja, klar. Ich bin ja leider schon 60 Jahre alt. Das war 1980, habe ich Abitur gemacht, klar. Und dann, wie gesagt, bin ich zurückgestellt worden, da bin ich zur Bundeswehr gegangen, habe also einen Wehrdienst gemacht einfach. Wo warst du? In München, auch in der Sanitätsakademie. Da gibt es eine ganz nette Sanitätsakademie. Und ja, aber dann habe ich mir eine Promotion gesucht, also schon während dieser Zeit, weil mich der Bereich Mikrobiologie und Immunologie damals sehr interessierte. Und dann habe ich einen guten Betreuer gefunden und der hat mich dann auch mitgenommen in meine erste Postdoc-Stelle. Das war in Ulm, in der Humanpathologie. Dort haben wir Projekte auch zur Entwicklung von Vakzinen gegen verschiedene Erreger gemacht. Und ja, das war also der Einstieg eigentlich in die wissenschaftliche Laufbahn. Du bist ja Experte für Mikrobiologie. Erklär unserem Publikum mal, was das ist. Warum ist das relevant? Ja, warum ist das relevant? Also zum einen, also medizinische Mikrobiologie. Also wir reden nicht von den Mikroben, die im Alltag so unterwegs sind. Also wir alle haben etwa zehnmal mehr mikrobielle Zellen in unserem Körper als eigene Zellen. Und wir haben auch viel mehr Genmaterial von Mikroben als unser eigenes nebenbei. Wir haben also eine Menge Intelligenz auch außerhalb unserer eigenen Zellen. Aber was uns interessiert, sind eben medizinische Mikrobiologie, das heißt Erreger, die krank machen. Darum geht es hauptsächlich. Der Umgang mit Krankheitserregern, wie wir uns davor schützen können, wie wir Therapien entwickeln können, wie wir Impfstoffe entwickeln können. Das Verständnis, warum Erreger krank machen und andere nicht krank machen. Evolution von Krankheitserregern ist ein wichtiger Aspekt. Also die Interaktion mit dem Körper. Da gibt es natürlich wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten zwischen dem Tier, also die Infektion von Tieren und Infektion von Menschen. Wir sind ja auch Tiere, oder? Wir sind Tiere, ja. Aber wir können sprechen. Wir sind schlaue Tiere. Ja, sagen wir mal, kognitiv sind wir vielleicht schlau, aber die Art und Weise, wie wir mit unserer Welt umgehen, würde ich jetzt nicht zwingend immer davon reden, dass wir schlau sind. Das stimmt. Ist denn dein Fachgebiet immer noch hilfreich heute? Ja. Also kannst du irgendwo jetzt in der Pandemie zum Beispiel mitreden, weil du Mikrobiologe bist? Ja, na klar. Also zum einen verstehe ich die Interaktion zwischen einem Virus und einem Körper. Das heißt also, ich verstehe, wie die Infektion abläuft. Ich verstehe, was eine Immunität bedeutet. Ich verstehe, was eine Impfung kann oder nicht. Das ist zum Beispiel auch ein wichtiger Aspekt. Ich habe ja dann auch fast 30 Jahre gelehrt. Also das ist ja noch mehr, als dass man nur forscht an ein oder zwei oder einer bestimmten Erregergruppe, sondern man muss an der Uni, das ist ja der große Vorteil der Uni, man muss ja auch noch lehren. Das heißt, den ganzen Grundstoff, der sich mit dem ganzen Thematik befasst, den muss man ja vermitteln können noch den Studierenden. Und dadurch hat man natürlich ein ganz weites Spektrum. Klar hilft das, logisch. Und vor allen Dingen, wenn es um die Impfung geht, als ein Beispiel, dass man versteht, dass eine Impfung nicht unbedingt vor einer Infektion schützt. Oder dass man denkt, jetzt bin ich geimpft, jetzt kann mir nichts mehr passieren. Sondern dass man natürlich immer noch... In der Öffentlichkeit kommt das teilweise so rüber, dass viele Leute und auch Politiker denken, naja, wenn jetzt geimpft ist, dann bin ich sicher. Ja, das ist auch nicht immer einfach zu kommunizieren. Das ist ja auch klar. Ich meine, dann reden die Leute von bestimmten Prozentzahlen. Effektivität oder sowas. Aber generell ist es so, dass Impfungen nicht unbedingt vor der Infektion selber schützen, sondern eben vor der Krankheit. Und wie gut sie vor der Krankheit schützen oder vor der Stärke der Krankheit, das ist das Maß aller Dinge. Darum ist auch die Diskussion so wichtig, wenn man durchgeimpft ist, man kann noch infiziert werden und dann kann man natürlich noch Erreger ausscheiden. Aber man selber, in einem selber wird nicht so viel Erreger sich vermehren und man ist da nicht für andere so stark ansteckend. Und eben dieser Populationsaspekt, also dass man wirklich epidemiologisch denkt, was bedeutet das? Das eine bin ich jetzt, der geschützt ist von einer Krankheit und das andere ist der Aspekt, kann ich andere aber trotzdem noch anstecken. Das sind so Diskussionen, die man immer wieder führen muss. Es ist unheimlich schwer, glaube ich, für viele Menschen zu verstehen. Die Menschen denken sehr oft in sehr mathematischen direkten Strukturen und in Schwarz-Weiß-Bildern. Und in der Biologie gibt es extrem viele Graufelder. Und darum sind die Aussagen, die wir treffen, eben auch immer mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten verbunden. Und in der Biomedizin sind das, sagt man ja immer so 95 Prozent per Zentil oder sowas. Das heißt also, da bleibt noch eine Unsicherheit übrig. Und die Aussagen, die wir treffen, das ist eben nicht wie zum Beispiel, nehmen wir mal die Radiobiologie. Da kannst du genau sagen, dieses und jenes Teilchen strahlt noch 10 Millionen Jahre und dann geht das genau runter. Und dann ist es auf den Tag, kann zu berechnen, wie lange die Radioaktivität noch da ist. Aber in der Biologie ist es anders. Und dann zuhängt natürlich das Verhalten des Menschen selber, spielt eine extreme Rolle für diese Pandemie. Also das sind alles Dinge, die man verstehen muss, um Gefahren einzuschätzen und Risiken einzuschätzen. Stimmt das eigentlich nicht, dass meine Katze auch an Corona erkranken könnte? Ja, das stimmt. Und die könnte mich dann infizieren? Mir ist noch kein, also ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon gelesen habe, aber theoretisch ja. Das ist eine Zoonose. Also das heißt, ein Erreger, der von Tier auf Mensch übergehen kann, der kann aber dann in der Regel auch wieder von Mensch auf Tier übergehen. Die Berichte, die mir jetzt erinnerlich sind, sind Berichte, wo der Mensch die Tiere, die Katzen angesteckt hat. Ist das auch tödlich für Tiere? Muss ich jetzt sagen, die Mehrheit der Infektionen, von denen ich gehört habe, sind, glaube ich, nicht so schwer verlaufen. Wir hatten ja auch diese Nerze in Dänemark etwa. Wenn ich das richtig erinnere, dann waren die Mehrheit der Nerze eigentlich nicht schwer krank. Ich weiß gar nicht, ob welche verstorben sind. Ich habe es nicht im Kopf. Aber die sind halt sehr empfänglich und können dadurch das Virus weiter verbreiten. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, dass es gibt auch, vielleicht gibt es Mitmenschen, die denken, dass wir dieses Virus ausrotten können. Also quasi von der Erde verschwinden lassen. Das geht aber nicht. Das geht einfach nicht. Theoretisch, wenn wir uns alle einsperren für zwei Wochen, dann ist es weg. Ja, wenn wir uns alle für, ich würde mal sagen, zweimal zwei Wochen, gehen wir lieber auf Nummer sicher, also Inkubationszeit, zweimal zwei Wochen, alle uns vereinzeln würden, dann wäre dieses Virus im Menschen, es sei denn, du hast eine Immunsuppression und scheidest das Virus teilweise nach Monaten ja noch aus, aber dieses Virus ist eben auch in manchen Tieren kann es sich vermehren und dadurch besteht die, es ist nur eine rein theoretische Möglichkeit. Wir werden dieses Virus mit den heute zur Verfügung stellenen Techniken und Technologien nicht ausrotten können. Also das heißt, dieses Virus ist da und wir brauchen eine Grundimmunität, um uns vor der Schwere der Krankheit zu schützen. Das ist das Szenario, was wir brauchen und dafür sollten wir lieber geimpft werden, als uns natürlich infizieren zu lassen. Bis 60 bist du schon geimpft? Ja. Mit was bist du geimpft? AstraZeneca. Und? Alles in Ordnung? Ja. Ich fühle mich genauso wie vorher, nur weiß ich, dass ich seit etwa, ich weiß gar nicht mehr, wann das genau war, aber ich habe inzwischen zumindest, die erste Impfung ist länger als zwei Wochen her, habe also einen gewissen Teilschutz. Hat der Mikrobiolog und Tierarzt Lothar von Anfang an kapiert, was dieses Coronavirus machen könnte? Was heißt von Anfang an? Also, ähm... Schon im Dezember 2019? Also im Dezember 2019 haben wir die Informationen erhalten, die ersten, die sehr bruchstückartig war. Wir haben auch chinesische Kollegen im Haus, die dann die Medien in China direkt verfolgen konnten. Natürlich haben wir die offiziellen Quellen über WHO und über andere Kollegen. Also, wir haben relativ früh, ich kann das nicht mehr genau sagen, wann das war, relativ früh war uns klar, dass dieses pandemische Potenzial da ist, aber wir hatten natürlich die Hoffnung, dass diese Maßnahmen, die in Wuhan durchgeführt wurden, diese wirklich massiven Einriegelungsmaßnahmen, Riegelmaßnahmen, dass die vielleicht doch hilfreich sind. Aber dann ist relativ früh im März, im Januar sind ja schon Fälle in anderen Ländern aufgetreten. Die wurden aber schnell erkannt. Also, das pandemische Potenzial war ziemlich schnell klar. Die Frage war nur, ob es noch eingedämmt werden konnte oder nicht. Irgendwann spätestens im Februar, ich weiß nicht mehr wann, war klar, dass das eine riesige Herausforderung ist, die nur schwer zu handeln ist. Das ist schon richtig. Irgendwann im Februar war klar, dass es kommt. Aber wir haben natürlich immer Risikoeinschätzungen gegeben. Zweigeteilt. Wir haben gesagt, wie groß ist die Chance, dass es nach Deutschland kommt? Und wie stark ist jetzt das Risiko für die Menschen in Deutschland? Und wenn das Virus nicht in Deutschland ist, dann gibt es natürlich kein Risiko für die Deutschen. Aber dass, wenn es kommt, dann das Risiko steigt, das war natürlich klar. Wir haben in der Kommunikation, ich glaube, das habe ich am Anfang nicht so gut erklärt. Habt ihr wirklich noch gedacht, wenn das kommt? Das ist doch klar. Wir sind eine globalisierte Welt. Leute fliegen nach Deutschland, aus Italien, China und so weiter. Das war doch klar. Das war doch nur eine Frage der Zeit. Aber wir haben ja den ersten Ausbruch sehr gut gemanagt. Das muss man auch nochmal sagen. Den ersten. Ja, den ersten Ausbruch haben wir sehr gut gemanagt. Das ist sehr früh erkannt worden und eingedämmt worden. Auch zu der Zeit hatte man ja ganz wenig Daten darüber, wie ist die Übertragbarkeit, wie stark ist die sogenannte Attack Rate, das Manifestationsrat und so weiter. Wir hatten noch nicht genug Daten, um das wirklich einschätzen zu können. Und ich denke, ein richtiger Game Changer war diese Erkenntnis. Und das ist auch das wirklich Schwierige daran, dass das Virus schon ausgeschieden wird, bevor man Symptome hat. Und zwar schon etwa die Hälfte der kompletten Viruslast wird schon ausgeschieden vom Infizierten, bevor er Symptome hat. Und das ist ein Problem bei der Bekämpfung. Bevor ich merke, dass ich krank bin, habe ich wahrscheinlich schon andere infiziert oder war ich auf jeden Fall sehr infektiös. Und das ist der Punkt, warum wir darauf dringen, dass wirklich diese Masken getragen werden müssen und dass man diese Abstandsregeln einhält nach wie vor. Weil die Grundlage für diese Pandemie ist das Treffen von Menschen miteinander. Und das ist natürlich schlecht für so ein soziales Wesen. Aber hier ist der Nutzen nach unserer Ansicht überwiegt hier deutlich. Ich kann ja auch gleich mal reden, wie das Virus es schafft, nicht am Arbeitsplatz zu sein. Da habt ihr da auch Erkenntnisse. Die Bundesregierung glaubt das ja. Aber letztes Jahr lief es ja eigentlich ganz gut mit der ersten Welle. Ja, da schien mir auch eure Empfehlungen, denen wurden gefolgt. Wir haben die Welle runterbekommen. Da liefst du eigentlich so, wie du es wahrscheinlich auch ein bisschen vorgestellt hattest, oder? Ja. Das Vertrauen der Bevölkerung in die Pandemiebekämpfung war groß. Ja, es war eine besondere Situation. Es war natürlich eine Situation, wo wahnsinnig viel Angst auch einfach herrschte. Das muss man sagen. Es waren sehr viele Leute, sehr, sehr ängstlich. Die Angst fehlt heute. Ich würde denken, dass nach den Daten von Befragungen, die ich kenne, ist die Sorge oder die Wachsamkeit geringer geworden. Und das ist auch verständlich. Obwohl wir einen krasseren Virus mittlerweile haben mit B1.1.1. Ja, aber wenn man sich die Befragungen anschaut, dann ist die Schwelle der Sorge immer höher geworden. Das ist ganz klar. Die Wachsamkeit, die Sorge vor den Folgen dieses Infektionserregers ist bei großen Teilen der Bevölkerung geringer geworden. Das zeigen unsere Befragungen. Es waren damals deutlich mehr Leute. Und es war damals aufgrund der großen Unsicherheit, man wusste ja auch nicht so viel über den Erreger, war die Entschlossenheit, alles zu tun, um das einzuschränken, bei allen Gruppierungen extrem hoch. Und jetzt nicht mehr? Das ist jetzt nicht mehr so. Und das ist die Gefahr? Ja, das ist natürlich ein Risiko. Und das ist auch etwas, was uns natürlich bedrückt im RKI. Wir haben immer noch dieselbe Risikoeinschätzung wie vor einem Jahr. Das ist ganz klar. Also für uns, wir wissen ja inzwischen, dass 3, 24 Prozent von denen, die infiziert sind, die wir sehen, es gibt ja eine Dunkelziffer, aber von denen, die wir diagnostiziert sind, die werden ja dann krank. Und viele von denen müssen ins Krankenhaus, abhängig vom Alter. Bei den über 60-Jährigen werden von den 1.000, die krank werden, müssen rund 120 ins Krankenhaus. Also das ist schon viel. Das sind ja 12 Prozent. Das Virus hat insofern an Gefahr zugenommen, als dass diese Varianten zumindest schneller übertragen werden. Die sind also effektiver in der Übertragung. Wir wissen noch gar nicht genau, warum das so ist. Aber das ist eine inzwischen bewiesene Tatsache. Ob diese Variante schwere Krankheitsbilder macht, da sind wir nicht mehr so sicher. Das können wir zurzeit nicht ganz genau sagen. Die Daten, die wir haben in der Literatur und auch in Deutschland selber, anhand derer können wir das nicht zwingend sagen. Wir wissen es nicht. Wir gehen mal davon aus, weil wir natürlich eher vorsichtsgetrieben sind, nehmen wir das mal in unsere Überlegungen rein. Aber für uns im RKI haben sich alle die Prognosen bezüglich der Verbreitung des Virus und der Krankheitslast, die haben eigentlich immer im, natürlich mit einem gewissen Unsicherheitsfaktor im bestimmten Bereich prinzipiell, teilen wir die nach wie vor. Wir haben immer noch denselben Respekt vor diesem Virus, ganz klar. Das Vertrauen der Bevölkerung war vor allem ja groß, weil es war offenbar erfolgreich, die Pandemiebekämpfung. Ja, das war auch groß, also da war auch viel Angst dabei. Also ob das nur Vertrauen ist, weiß ich nicht. Viel Glück, aber auch viel Glück. Nö, das sehe ich so nicht. Also ich sehe das so nicht, sondern es waren ja wirklich klare Maßnahmen. Also das war kein Glück, sondern das waren Maßnahmen, die… Basierend auf euren Empfehlungen. Na, das, ja, also da haben wir, sicher haben wir da auch eine Rolle gespielt, aber es gab ja gar keine andere Option zu der Zeit. So, und heute gibt es eben Optionen und Versuche. Wir haben auch mehr Werkzeuge, die wir jetzt nutzen. Also es ist ja schon anders geworden. Aber nicht alle. Du sagst ja auch immer, es gibt einen Werkzeugkasten, wir haben eine Menge Werkzeuge drin, aber wir lassen immer noch ein paar drin liegen. Ja, also das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Das habe ich in den letzten Monaten in der Debatte auch immer wieder gemerkt. Immer wieder wird ein Werkzeug in den Vordergrund gespielt und dann wird in der, also auch in den Medien, aber auch dann vielleicht bei der Bevölkerung, wird immer gedacht, ah, das ist jetzt der Durchbruch und jetzt können wir die anderen Dinge vielleicht lassen, aber es ist nicht so. Alle die anderen Dinge sind noch wichtig und es kommt immer nur etwas drauf. Das heißt, die Schutzschicht, die wir haben, wird immer größer und dicker. Aber die ist nur dann größer und dicker, wenn wir die alten Werkzeuge eben weiter nutzen. Also wir können uns viel besser schützen jetzt. Auf der anderen Seite sind wir eben weniger wachsam und müde. Aber ich kann nur alle immer auffordern, hier nicht nachzulassen. Die Umfragen heutzutage sind ja, dass 60 Prozent der Bevölkerung entweder kein oder wenig Vertrauen in die Pandemiebekämpfung der Regierung haben. Heftigst du dir diese Umfragen auch an, weil ihr schafft ja die Grundlagen, ihr empfehlt ja der Regierung, wie sie handeln sollen. Oder sagst du dir ja, dass für dieses Misstrauen der Bevölkerung, was ja da ist, da habe ich nichts mit zu tun. Ja, also wer jetzt welchen Anteil daran hat, vermag ich ja nicht zu sagen. Ich kann nur immer sagen, unser Job ist es, nach bestem Wissen und Gewissen unsere Arbeit zu tun und die Empfehlung rauszulegen. Das ist doch auch der Job der Politik. Ja, aber ich sage es ja nochmal. Also da sind wir ja am Anfangsthema. Ich kann nur nochmal sagen, wir werden weiterhin nach bestem Wissen und Gewissen die Fakten so darstellen, wie sie sind. Wir wissen auch, dass eben wir sowieso, wir haben sowieso keine Chance, diese Pandemie zu bekämpfen, wenn nicht die Mehrheit der Menschen mitmacht. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Ja, ist einfach so. Und die Mehrheit der Menschen hat immer, es scheint ja auch dein Konzept so ein bisschen oder euer Konzept eines harten Lockdowns zu präferieren. Ja, es gibt immer noch in Umfragen viele. Also das RKI, das ist die wichtigste Behörde, ist für härtere Maßnahmen. Und jetzt einen kurzen, harten Lockdown, die Bevölkerung mehrheitlich auch. Ja, es ist, wie es ist. Und die Volksvertreter nicht. Ja, das ist eine Zustandsbeschreibung. Ich kann nur sagen, dass die, wenn man sich die Umfragewerte anschaut, ist zum Glück, das Vertrauen ins Robert-Koch-Institut, ist immer noch recht hoch. Und ich hoffe auch, dass es das bleibt. Wir werden eben fachlich bleiben. Aber ich kann nochmal sagen, wir haben ja eine bestimmte Aufgabe und die erfüllen wir. Und jeder hat seine Aufgabe. Und ich bin sicher, wenn in diesem Land alle ihrer Verantwortung wirklich nachkommen würden, dann würden wir auch diese Pandemie gut bekämpfen. Ich habe mal, ich kenne ja einige beim RKI, die sagen, das RKI ist super, wenn keine Pandemie ist. Dann seid ihr eine gute, funktionierende Behörde. Aber wenn jetzt Krisenzeiten ist, dann ist die Struktur des RKI nicht krisenfähig. Interessante Hypothese, die ich natürlich abstreite. Auch schon deshalb, weil wir ja jetzt, ich meine, vielleicht, vielleicht willst du mich auch nur provozieren. Es gibt zu wenig Mut. Nee. Es kann, Leute können da irgendwie nicht das machen, was sie wollen, können nicht unabhängig arbeiten. Es gibt eine klare Hierarchie. Es gibt keine Fehlerkultur. Also man hat Angst, so wird mir das beschrieben, man hat Angst vor Fehlern. Also das ist eine üble Provokation, um das klar zu sagen. Also ich meine, das wäre ganz nett, wenn dann die Menschen, die das behaupten, wenn ich mit denen mal reden dürfte und dann können wir uns mal austauschen. Aber der entscheidende Punkt ist doch folgender. Also ich habe es ja gerade beschrieben. Wir haben inzwischen jetzt, glaube ich, wie viele Monate sind es 15 oder so, sind wir in einem vollen Krisenmodus. Und nach wie vor bringen wir unsere Empfehlungen und aktualisieren unsere Themen kontinuierlich. Und diese Aussage ist von absoluter Ignoranz geprägt. Allein schon deshalb, weil vielleicht von außen betrachtet, vielleicht sollte ich noch mal erklären, wie wir arbeiten. Ich meine, ich habe es eigentlich versucht zu erklären, aber wir haben ja bestimmte Fachleute, die sich mit bestimmten Themen befassen. Der eine kennt sich mit Impfungen aus. Der nächste kennt sich aus mit immunologischen Fragestellungen. Der andere kennt sich aus mit diagnostischen Aspekten. Das heißt, es gibt eine Reihe von Fachleuten, die sich mit den Themen auseinandersetzen. Und dann holen diese Fachleute natürlich auch immer Ratschläge von außen ein. Das sind zum einen einfach bilaterale Austausche mit Menschen, die man auf einer persönlichen Ebene kennt. Das sind auf der anderen Seite offizielle Austausche. Und über zum Beispiel die WHO, über bestimmte Gremien, verschiedene Gremien. Ich selber bin ja in ein paar WHO-Gremien. Wir hatten im letzten Jahr, was weiß ich, mit allen möglichen Leuten weltweit Austausche kontinuierlich. Und dann haben wir natürlich noch Beratungsgräben mit dem Haus selber. Wir haben einen wissenschaftlichen Beirat, mit dem wir regelmäßig uns besprechen. Wir haben zum Beispiel einen Beirat für pandemische Atemwegserkrankungen, die uns auch kontinuierlich beraten. Das heißt, es gibt eine Menge Input in das Haus. Aber klar ist natürlich, wenn man dann letztlich eine Empfehlung erarbeitet, dann ist es auch klar, dass nicht immer 100 Prozent der Menschen exakt genau diese Meinung sind, dass diese Empfehlung jetzt 100 Prozent ihrem Vorstellungen entspricht. Es ist ja klar, dass auch da Kompromisse gemacht werden müssen. Und dann wird das diskutiert. Ich meine, weiß ich jetzt nicht, ob ich das, aber vielleicht kann man, kann es ja mal zuhören, so eine Diskussion fachlich. Dann wird das diskutiert und dann kommt man zu einem Kompromiss und zu einem Papier, das man mehrheitlich bestimmt hat. Und das wird dann so auch rausgebracht. Und wenn in dem Papier irgendwelche grundlegenden Fehler sind und erkannt werden, dann werden die natürlich angesprochen. Wenn es Menschen gibt, die eine völlig andere Ansicht haben, als die Mehrheit der Fachleute, die sich damit befassen, dann gibt es natürlich Einzelmeinungen. Aber dass dann die Einzelmeinungen bei dem Konsens natürlich nicht so wiederherfinden, wie sie es vielleicht gerne möchten, das ist eine andere Sache. Aber gerade der Begriff der Fehlerkultur ist mir unheimlich wichtig, den ich seit vielen Jahren im Haus auch fördere. Ich höre, das höre ich seit einem Jahr, dass Leute in deinem Haus Angst haben, Fehler zu machen. Interessant. Dann würde ich diese Menschen mal gerne kennenlernen. Also wenn einer hat Angst. Vielleicht melden die sich ja jetzt im Nachhinein. Gut, ja, sollen sie gerne tun. Aber du hast die WHO ja gerade angesprochen. Da gab es auch hier diesen berühmten Auftritt von Mike Ryan. Michael Ryan bei der Pressekonferenz. Er meinte, act fast, no regrets. Perfektion ist der Feind. Ja, klar. Das scheint das RKI ja nicht so übernommen zu haben. Das ist ebenfalls eine Behauptung, die ich gern belegt hätte mit Fakten. Wir haben, ich meine, ich kann das natürlich, ich könnte das nachvollziehen, in welcher Zeit, unter welchem Zeitdruck, in welcher Schnelligkeit wir Empfehlungen rausgegeben haben, Papiere erstellt haben. Also da würde ich mich freuen, wenn das mir überzeugend vorgelegt wird, dass das Gegenteil ist der Fall. Ist ja ganz klar, dass wir Dinge, also ich habe das natürlich nicht alles im Kopf, aber ich kann nur sagen, dass wir teilweise, ja, wir haben ja auch völlig ohne Ansehen von Wochentagen oder Feiertagen kontinuierlich durchgearbeitet, um die Dinge in einem teilweise Rekordtempo auszuarbeiten. Also ich wüsste nicht, ich kann mit dieser Aussage nichts anfangen. Seid ihr eine attraktive, moderne Behörde? Na klar. Na klar. Warum sollten wir das nicht sein? Wir sind ein Institut, wir machen hochkarätige Forschung, wir publizieren in erstklassigen Journalen, wir haben klare Tracks, wie man sich entwickeln kann, was ihm, diese Aussage, klar. Aber wir sind natürlich, wir sind natürlich eine Institution, die, auf der eine hohe Verantwortung lastet. Ich meine, wir können uns nicht austoben mit allen möglichen genialen Ideen und mal irgendwas machen, was man an der Uni vielleicht macht, sondern die Dinge müssen natürlich auch fundiert sein. Sie sind deutlich anstrengender, als wenn man einfach, ich habe früher Paper geschrieben, das waren tolle Paper, ich habe tolle Paper publiziert, aber da habe ich dann Hypothesen reingeschrieben, die eben spannend waren, aber die teilweise erst etwas suggeriert haben, was man sich wünscht. Aber wir im RKI, wir müssen natürlich sachdienlich arbeiten, wir müssen natürlich so arbeiten, dass Dinge, die wir tun, auch umgesetzt werden können. Der Rahmen, der Realitätssinn der Arbeiten, der ist natürlich hoch. Das ist eine andere Belastung und eine andere Drucksituation, als wenn man als freier Wissenschaftler sich irgendwas ausdenkt. Nehmen wir mal ein Modell etwa, wenn man ein Modell erstellt, das mit Annahmen arbeitet, die unrealistisch sind, dann kann man das toll publizieren. Aber das hilft doch nicht unserem Auftrag. Unser Auftrag ist doch eine seriöse, fachlich fundierte Empfehlung und Beratung rauszugeben. Ja, aber Beratung der Regierung, ihr seid abhängig vom Gesundheitsministerium, die können euer Budget kürzen. Wenn ihr da irgendwas macht, was dem Gesundheitsministerium nicht gefällt, dann sagen sie, ja gut, dann streichen wir da und da Geld. Das ist dann die Strafe. Ihr müsst, die Regierung erwartet ja auch von euch, dass ihr so im Großen und Groben auf einer Linie seid und euch nicht gegenseitig widerspricht. Also da ist ja auch politischer Druck. Also ich kann nur sagen, Das kannst du nicht bestätigen. Nein, 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 darum geht es nicht. Das ist dieses Argument. Ich will nochmal sagen, wir haben ja einen Amtsauftrag. Ja, ich habe ja gerade gesagt oder am Anfang gesagt, wir sind eine Institution, die hat ein Ressortforschungsinstitut, wir haben in einem bestimmten Rahmen zu arbeiten und hier arbeiten wir mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, mit den Methoden, die wir haben und die sind entsprechend dem Stand der Wissenschaft. Aber natürlich, wir würden natürlich, die Dinge, die wir tun, müssen natürlich einen Realitätssinn haben. Sie müssen umsetzbar sein. Das ist ein entscheidender Punkt. Also wir können keine Wolkenkuckucksheime bauen, um vielleicht irgendein geiles Paper rauszuhauen, sondern die Dinge, die wir tun, die sind mit einer Ernsthaftigkeit und einfach einer Bedeutung, die vielleicht nicht jedem außerhalb des Hauses oder prinzipiell außerhalb von Ressortforschungsinstituten klar ist. Wenn Lothar Wieler jetzt sich ein Institut ausdecken müsste, es gibt kein RKI, stell dir vor, es gibt kein RKI und du müsstest das RKI neu bauen, würdest du es jetzt genauso bauen und aufstellen, wie es jetzt ist? Ich könnte natürlich immer mehr Ressourcen, mehr Personal, mehr Methodiken immer wünschen, aber ich kenne ehrlich gesagt keine Uni oder kein Max-Planck-Institut, dass das nicht auch sagen würde oder irgendwelche anderen außerordentlichen forschen. Klar würde man immer gern mehr. Wo braucht das RKI mehr Freiheiten? Mehr Freiheiten brauchen wir nicht. Aber klar ist, dass man mit mehr Ressourcen auch noch schneller und besser arbeiten kann, das ist ja keine Frage. Würdet ihr gern unabhängig von der Regierung arbeiten können? Wenn wir denselben Status hätten wie eine Universität, dann wären wir eben nicht so wirkmächtig, ist ja klar. Wir sind eine Ressortforschungseinrichtung, wir haben einen gesetzlichen Auftrag, bestimmte Dinge zu tun und wenn diese Dinge komplett unabhängig wären in einer anderen Institution, dann wären wir nichts weiter als ein anderes Forschungsinstitut. Das könnte ja rechenschaftsfähig dem Bundestag sein und nicht der Regierung. Könnten wir auch machen. Aber dann... Würdest du das wünschen? Nö, eigentlich nicht. Kommen wir mal zu Tests. Verstehst du, warum Kinder und Lehrer an Schulen getestet werden müssen zweimal die Woche und in Betrieben es nur eine Testangebotspflicht gibt? Also ich weiß, dass... Weil Wirtschaftsminister Altmaier hat hier gesessen und meinte, es gibt eigentlich gar keine... Es ist scheinbar die Erkenntnisse dafür, dass am Arbeitsplatz irgendwo ein Infektionsgeschehen passiert. Also Infektionsgeschehen geschehen immer da, wo Leute zusammen sind. Das ist egal, wo das ist. Das ist ja klar. Und nur wenn man bestimmte Ausbrüche nicht nachvollzieht oder sie nicht publiziert hat, deshalb heißt es nicht, dass sie nicht existent sind. Das heißt also, überall dort, wo Menschen zusammenkommen, über längere Zeit, in Innenräumen insbesondere, ist das Risiko größer, dass man sich ansteckt. Das gilt natürlich für den Arbeitsplatz genauso wie für eine Kita oder für das Heim, wo ja auch viele Infektionen stattfinden. Aber warum können wir das mit den Kindern und Lehrern machen, aber nicht mit... Ja, man kann das überall machen. Warum wird es denn nicht gemacht? Ja, das weiß ich nicht. Das vermag ich nicht zu sagen. Ich habe heute gehört, dass in einem Bundesland, ich glaube Bremen ist das, Tests am Arbeitsplatz jetzt durchgeführt, durchgeführt werden, halte ich... Müssen, ja. Aber ja, ist ja auch okay. Fakt ist, dass man... Also der entscheidende Punkt ist der, man muss sich immer die Situation anschauen. Also Kinder ist ja logisch. Wenn Kinder in der Schule sind und so viele Menschen in einem Raum sind, dann ist das Infektionsrisiko natürlich sehr hoch. Obwohl ihr sagt, am besten weniger Kinder in den Räumen. Ja, wenn sie dann sind, dann ist das Infektionsrisiko natürlich höher. Wobei, das ist auch ein bisschen kurzgesprungen, man könnte natürlich genauso dafür sorgen, dass auch die Kinder quasi in ihrem Freizeitverhalten, man könnte ja rein theoretisch zumindest in bestimmten Bereichen, das geht nicht überall, könnte man auch sowas wie eine sogenannte soziale Bubble machen, wo die Kinder sich dann eben auch außerhalb der Schule treffen. Also so epidemiologische Einheiten, das ginge ja rein theoretisch. Ja. Ich sage mal, es geht nochmal mit intelligenten Konzepten. Und wenn man dann zwei bis dreimal die Woche testet, diese Tests, über die wir dann reden, das sind ja wahrscheinlich diese Antigen-Tests oder auch Selbsttests, die es jetzt gibt seit ein paar Monaten, dann haben die eben nur eine bestimmte Wertigkeit, eine bestimmte Qualität, eine bestimmte Aussagekraft. Und dadurch, dass die Aussagekraft eingeschränkt ist, muss man eben öfter testen, zwei, dreimal die Woche. Und dann, damit würde man dann eben eine Infektion früher erkennen, aber das macht auch nur Sinn, wenn dann entsprechend gehandelt wird. Ja, aber ich habe zu sagen, wenn ein Kind diesen Antigen-Test, wenn da positiv ist, dann muss das Kind nach Hause, aber nicht der Rest der Klasse. Das ist ja auch eigentlich. Ja, na klar. Aber die Praxis sieht anders aus. Das vermag ich nicht zu sagen. Ich kann nicht in alle deutschen Schulen reingucken, aber der entscheidende Punkt ist, dass die Kinder natürlich als eine epidemiologische Einheit angesehen werden und natürlich müssen die Kinder dann in der Hand. Ja, da wird der Rest dann erst PCR getestet und dann geguckt, ob da positiv ist und dann werden sie erst in Quarantäne gesteckt. Eigentlich müsste ja sofort das passieren. Ja klar. Als Cluster. Es muss sofort passieren. Das ist die, der einzige Sinn der Testung ist der, dass man eine Aktion daraus ableitet. Also wenn positiv getestet, dann muss diese eine Person natürlich so schnell wie möglich in Isolation, nennt man das, aber die anderen natürlich genauso. Ja. Ja, logisch. Müssen, damit man das Infektionsgeschehen unterbindet. Passiert auch nicht. Ja, das vermag ich nicht zu sagen. Wozu ist der Selbsttest eigentlich da? Also die Politik scheint ja so zu argumentieren, naja, damit es einen negativen Test geben kann, damit die Leute machen können, was sie wollen. Daten, shoppen, irgendwo hingehen. Das ist auch wieder eine Unterstellung vielleicht, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall ist das nicht die. Interpretation. Oder eine Interpretation, okay. Aber eine einseitige. Also der Sinn der Tests, und auch dazu haben wir ja hinreichend Publikationen geschrieben und Dokumente erstellt. Der Sinn der Tests ist wirklich, es gibt drei Gründe, warum wir testen. Nummer eins, und das ist nach wie vor der wichtigste, du bist ein Patient, hast Symptome und willst wissen, ob du Covid hast oder nicht. So, das ist das Wichtigste. Das zweite ist, du bist ein, du weißt, dass du ein Patient bist und dass du ansteckend bist und diejenigen, die mit dir zusammen waren, sich hätten anstecken können, die wollen es auch wissen. Und das dritte ist jetzt, und das ist der Punkt, über den wir immer mehr reden und der ja auch Sinn macht, aber eben auch klug gemacht werden muss, ist, wir wollen ja natürlich unser Leben zurückhaben, so gut es geht. Das heißt also, wir erarbeiten Konzepte und dann, aber die Konzepte, die müssen eben erarbeitet werden und dann überprüfen wir mit diesen Tests, ob die Konzepte klappen. Also nehmen wir von mir aus eine Schule. Du hast ein Konzept, du hast kleine Gruppen, du hast irgendwie, was weiß ich, Lüftungskonzepte, was auch immer gemacht wird und dann werden die Kinder getestet, damit geschaut wird, ob die Kinder sich nicht anstecken und das macht nur Sinn, wenn sobald ein positiver Befund ist, muss da eine Reaktion erfolgen. Die Reaktion ist, das Kind muss raus, aber auch die Gruppe muss natürlich sofort in eine Quarantäne rein und dann können die nachgetestet werden. Das ist der Sinn. Also es geht also nicht darum, dass man jemanden freitestet. Es mag sein, dass vielleicht viele Menschen das denken, aber das ist falsch gedacht. Man kann sich nicht freitesten, sondern man kann nur zu einem bestimmten Zeitpunkt… Ich mache einen Test, der ist negativ, cool, dann kann ich Kontakt haben. Ja, das ist eben falsch gedacht. Es ist so, du hast ein Geschäft und willst das Geschäft aufmachen und du willst dafür sorgen, dass in dem Geschäft sich niemand ansteckt und darum… Und auch niemand ansteckendes reinkommt. Ja, na klar. Das sind ja die beiden Seiten. Also derjenige, der darin arbeitet, muss ja genauso getestet werden als derjenige, der von draußen reinkommt. Das heißt, du reduzierst das Risiko. Es gibt kein Nullrisiko, aber du reduzierst das Risiko und das ist ja auch okay. Also diesen Preis, also wie gesagt, diese hundertprozentige Sicherheit, wie du eben sagtest, wenn wir alle zwei Wochen alleine zu Hause blieben, das ist ja nun mal nicht machbar und genauso sind die Konzepte gedacht und alle anderen Konzepte sind aber auch dann eben nicht hilfreich. Jetzt kommen wir mal zur Arbeitswelt. Verstehst du, es gibt ja in Berlin zum Beispiel, du musst einen negativen Test vorzeigen, um irgendwo reinzukommen. Du musst eine FFP2-Maske tragen, um irgendwo reinzukommen. In diesem Supermarkt zum Beispiel arbeiten Menschen. Die müssen nicht, wenn sie auf Arbeit kommen, einen negativen Test vorweisen und die müssen noch nicht mal eine Maske tragen. Ja. Was ist das? Das ist inkonsequent. Klar müssten die genauso behandelt werden. Warum wird das nicht passieren? Das vermag ich nicht zu sagen. Du bist nicht Wirtschaftsminister, ich weiß. Ne, das hat damit nichts zu tun, dass ich nicht Wirtschaftsminister bin. Aber Fakt ist, also wir alle sind... Die Wirtschaft wird geschont. Die Konzerne und Betriebe werden geschont. Warum? Naja, ich meine, also ich glaube... Das Virus ist ja auch da. Ja, eine Wirtschaftskraft braucht man schon, das ist ja gar keine Frage. Aber nochmal, aber warum die keine Masken tragen? Ich gehe übrigens in Supermärkte, da tragen die Leute Masken. Also insofern, ich vermag das auch nicht zu sagen, ob die nirgendwo Masken tragen. Selbst in Büros, ich meine, wir haben immer wieder Feedback, wir haben die Hans-Jessen-Show, wo Leute anrufen, da gibt es entweder oder. Da gelten nicht die AHA-Regeln woanders. Also entweder Abstand oder Maske. Ja, das ist nicht konsequent und nicht hilfreich. Das ist, das darf nicht sein. Die Regierung traut sich nicht, Arbeitsministerium traut sich nicht, eine FFP2-Maskenpflicht oder eine Maskenpflicht an sich zu beschließen. Also zu den FFP2-Masken, ich möchte nochmal sagen, es gibt wirklich sehr, sehr deutliche Publikationen, ein klares wissenschaftliches Wissen darüber, dass wenn man diesen Mund-Nasen-Schutz, also diesen chirurgischen Mund-Nasen-Schutz, wenn man den richtig trägt, dann ist die Schutzhörung fast genauso gut wie eine FFP2-Maske. Eine FFP2-Maske macht nur dann Sinn, wenn die angepasst ist, wenn man einen sogenannten Fit-Test macht. Also diese Mund-Nasen-Schutz hat schon eine gute... Aber selbst diese Pflicht zu einer medizinischen Maske auf der Arbeit gibt es nicht. Ja, ich würde sie, wenn ich Arbeitgeber wäre, bei uns im Institut wird sie durchgeführt. So, jetzt ist es lustig. Als Arbeitgeber. Du berätst ja die Regierung. Du berätst ja, könntest ja auch Altmaier anrufen und Hubertus Heil, Arbeitsminister, Wirtschaftsminister. Wie oft hast du das gemacht und Dingen gesagt, dass das passieren muss? Das habe ich nicht gemacht. Warum? Ja, weil ich doch, ich berate doch direkt den Gesundheitsminister und wenn ich gefragt werde, dann berate ich auch die anderen. Musst du erst Jens Spahn anrufen, um ihn zu fragen, darf ich mal kurz Altmaier und Heil anrufen? Nein, aber der Aspekt ist doch der, dass man diese, wir sagen, diese Unterscheidung, nachdem man die Unterscheidung... Du sitzt hier und sagst, das ist falsch, wie wir das in der Arbeitswelt machen und dann rufst du selbst nicht Altmaier und Heil an. Ja, aber das ist doch bekannt. Jeder Mensch... Der hat die letzte Woche gesessen, der hat das geleugnet. Der musste doch sagen, Alter Peter, das ist Unsinn, was du da bei Jung und Eiff erzählt hast. Also, wenn es, wenn sich Menschen zusammentreffen, dann ist egal, ob die jetzt Arbeitnehmer oder Arbeitgeber sind, dann ist es sinnhaft, dass die Maske tragen. Ist doch ganz klar, dass die sich an diese Regeln halten und ich will nur noch mal sagen, ich kenne viele Arbeitgeber, bei denen das so ist, aber ich kenne natürlich nicht jeden Arbeitgeber, bei denen das so ist. Ihr habt ja selbst Studien, es gibt die aktuelle, so eine Cosmo-Umfrage, da ist der LKI auch beteiligt gewesen, dass ganz klar, selbst bei den Leuten, die Homeoffice machen könnten, nicht nur die, die gar nicht Homeoffice machen können, 28% treffen täglich über 15 Leute, ohne Abstand, ohne Maske. Ja, das ist ein erschreckendes Ergebnis. Das ist, glaube ich, letzte Woche gekommen. Beruht aber auf einer sehr geringen Datenbasis. Ja, aber trotzdem, aber die Autoren sagen ja auch, die Anzahl der Kontakte bei der Arbeit übersteigt signifikant die Anzahl der Kontakte im privaten Bereich. Wir regulieren aber mit unserer Pandemiebekämpfung fast nur den privaten Bereich. Ja, ist der Bekämpfung der Pandemie nicht zuträglich. Aber müssen wir damit irgendwann anfangen? Ja, klar. Ich meine nochmal, ich kann es nur nochmal sagen, die Empfehlungen des Hauses sind ja eindeutig. Ja, und dann rufst du aber nicht bei Heil und Altmaier an. Ja. Warum? Warum rufst du bei Merkel an und sagst dir, sag dem Altmaier an und Heil das machen? Du musst ja mal alle, du musst ja da alles in Bewegung setzen. Das verstehe ich nicht. Ja, aber ich meine, dieses Wissen ist ja da. Das ist ja vorhanden. Darfst du Heil und Altmaier anrufen? Ja, ich meine, ich bin ja ein freier Bürger, ich kann ja jeden anrufen. Du darfst, glaube ich, nicht das okay, das Gesundheitsministerium ist ja auch. Altmaier anrufen. Ja. Ja, und ich, ich konfrontiere ihn, ich konfrontiere ihn, damit du nicht. Ja, wenn ich mit ihm zusammenkomme, schon, klar. Er hat ja auch behauptet, dass er ab und zu mit dir telefoniert, stimmt das? Hat er gesagt? Hat er das gesagt? Hat er gesagt. Ruft dich Merkel mal an? Also ich höre immer, das ist auch lustig, ich höre immer, Merkel ruft öfter Drosten und Brinkmann an, die jetzt nicht Teil des LKI sind, aber nicht der Wieler war in der Konferenz. Da kann ich nicht zu sagen. Es gibt Konferenzen, verschiedenste Arten von Konferenzen. Aber das mit der Arbeit, das verstehen die meisten nicht. Ich meine, es gibt ja sogar, Elvira Rosat hat hier gesessen, wir brauchen eigentlich eine Kontaktumverteilung. Wir müssen im privaten Bereich vielleicht ein bisschen lockern, die Leute ein bisschen mehr auch ihr Privatleben wieder leben lassen, aber dafür im Wirtschaftsbereich. Also überall, klarer. Überall, wo es möglich ist, dass man Kontakte eincheckt, muss man das machen. Das ist egal, in welchem Bereich es ist. Weil diese Pandemie lebt nur von den Kontakten der Leuten. Das ist doch selbstverständlich. Und das scheint die Bundesregierung immer noch nicht kapiert zu haben. Das vermag ich nicht zu sagen. Wer, wenn nicht du? Es gibt eine Menge Leute, die das sagen können oder nicht. Aber ich will es nur noch mal sagen, es ist sonnenklar, dass Kontakte so weit wie möglich verringert werden müssen und das Homeoffice, je mehr, desto besser und je weniger Menschen sich treffen, desto besser ist es für den Gesundheitsschutz. Es gibt ja auch den Arbeitsweg. Also ich sehe immer noch, ich weiß nicht, ob du in Berlin hier U-Bahn, S-Bahn morgens fährst. Ne. Die sind immer noch proppevoll. Ja. Wie kann das sein? Habt ihr da mal gesagt, entweder weniger Leute in der Bahn oder ÖPNV teilweise einstellen? Das ist auch... Wird auch ignoriert. Nein, es ist ein gängiges Wissen, denn die fahren ja, die haben auch teilweise die Taktung erhöht. Ja. Was ich sehe, ist, dass eben mehr Leute mit Individualverkehr unterwegs sind. Ja, aber trotzdem, gerade in den ärmeren Bereichen, die ja auch immer schneller sterben, öfter infiziert werden, die sind darauf angewiesen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Und sind darauf angewiesen, dann in diese proppenvollen Bahn zu steigen. Ja, es ist absolut klar. Es gäbe eine Menge Konzepte, wo man Arbeitszeiten entzerren könnte und dies oder jenes. Also diese ganze Pandemiebekämpfung, da muss man eine Menge kluge Konzepte durchziehen, dann kriegen wir die in den Griff. Liegen diese ganzen Konzepte für Arbeitswelt und Arbeitsweg bei euch? Die liegen bei euch, ne? Nein, die liegen, ne, die liegen ja, die können ja nicht bei uns liegen, weil wir ja, wir sind ja wirklich eigentlich nur für den Gesundheitsbereich zuständig, für Krankenhäuser, für Ärzte, für entsprechende Einrichtungen. Wir haben ein Konzept gemacht für Schulen, obwohl das überhaupt nicht in unserem Bereich liegt. Ja, dann macht das doch mal für die Arbeitswelt, wenn das nicht in eurem Bereich ist. Ja, ne, dann... Da gibt's ja Ärger von Jens. Hans, ich meine, es gibt andere Bereiche, die dafür zuständig sind. Wer denn? Ja, Arbeitsministerium, ist doch klar. Ja, und die sagen, die machen seit einem ja nichts. Das vermag ich nicht zu sagen. Das hast du ja vorhin schon gesagt. Gut, zum Schluss, gleich gibt's Fragen von Hans, eure letzte Chance im Chat. Hoffentlich hast du fünf Minuten, zehn Minuten länger, weil es gibt jede Menge Fragen. Unglaublich, wie die Leute sich darauf gefreut haben. Ich will zum Schluss nochmal den Sommer besprechen. Die Politik, Groben sagt ja so, im Sommer sind wir durch. Wenn alle durchgeimpft sind oder jeder ein Impfangebot hat, dann ist alles gut. Gehen die da jetzt von einem realistischen Szenario aus oder von einem Best-Case-Szenario? Also zunächst mal, wenn wir jetzt mal auf die nackten Zahlen gucken in der Welt, dann sind wir zurzeit in der Phase, es gab noch nie so viele Fälle weltweit. Die Pandemie war noch nie so intensiv unterwegs. Das ist Fakt. Wir haben mehr als drei Millionen Tote inzwischen. Wir haben die höchsten Zahlen in der letzten Woche, seitdem die Pandemie angefangen hat. Und natürlich ist Deutschland auch keine Insel der Seligen. Selbst wenn wir hier die Impfungen, selbst wenn wir alle Impfungen, alle Personen über 16 geimpft hätten, was natürlich nicht sein wird, wenn manche lassen sich leider nicht impfen. Ich kann da nur immer wieder dran appellieren, dass sie sich impfen lassen sollen. Manche können sich auch gar nicht impfen lassen aufgrund von Grundkrankheiten. Was wird passieren? Ich weiß, dass wir eine hohe Impfbereitschaft haben und ich hoffe, dass die Menschen verstehen, dass die auch bleiben muss. Wenn das Best-Case-Szenario so wäre, dann hätten wir sowas wie eine Grundimmunität in großen Teilen der Bevölkerung. Aber die Kinder werden ja immer noch nicht geimpft. Unter 16 gibt es noch keinen Impfstoff. Wir wissen nicht, wann der kommt. Der wird vielleicht kommen, aber das heißt, im Best-Case-Szenario sind ja die unter 16 immer noch nicht immun und das Virus ist ja nicht verschwunden und es wird ja nach wie vor von außen eingetragen. Das heißt also, wir dürfen nicht nachlassen. Wir dürfen nicht die Schutzmasken weglegen. Wir dürfen nicht das A-H und L-Konzept aus dem Kopf haben. Das müssen wir behalten. Ganz klar. Aber es wird ja von der Politik so getan, so lustigerweise kurz vor der Bundestagswahl. Ich weiß nicht, wie. Können wir den wieder lockern, wenn geimpft ist? Ist der Optimismus, der aktuell bezüglich des Sommers medial herrscht, auch in der Politik? Ist der gerechtfertigt, der Optimismus? Ja, wir werden mit vielen Impfungen eine deutlich bessere Situation haben. Aber das Virus wird nicht verschwunden sein. Es wird immer noch Gruppierungen geben, die angesteckt werden können. Und es kann auch eine vierte Welle geben. Die kann es geben. Das heißt also, wir dürfen nicht nur, sage ich mal, weil wir einen großen Teil der Bevölkerung geimpft haben, dürfen wir nicht die wesentlichen A-H und L-Regeln außer Acht lassen. Das dürfen wir nicht. Gibt es bezogen auf den Sommer Unbekannte, an die wir gerade nicht denken oder die wir ignorieren? Also die größte Unbekannte ist sicher die Variante, wobei ich da nicht so pessimistisch bin, weil alle Varianten, die wir bisher gesehen haben, da gibt es so etwas, das nennen wir eine konvergente Evolution, dass an verschiedenen Stellen der Welt eigentlich mehr oder weniger immer dieselben Mutationen auftreten, was uns hoffnungsfroh stimmt, dass es nicht ganz, ganz andere, krasse Varianten gibt, die jetzigen Varianten werden auch immer noch von Impfstoffen eigentlich abgedeckt, da ist teilweise eine Reduktion der Impfwirkung, aber es ist immer noch eine Schutzwirkung da. Die größte, was wirklich am schwierigsten wäre, wenn Menschen sich nicht mehr genügend impfen lassen, wenn sie dann im Sommer vielleicht die Zahlen runtergehen, was schön wäre und wovon ich auch ausgehe, aber wenn sie dann die Achtsamkeit verlören und nicht genügend sich impfen lassen, weil dieses, also um es klar zu sagen, dieses Virus, diese Pandemie wird ja noch mindestens bis Ende 2022 mindestens laufen, weil ja die ganzen Länder auf der Welt sonst, die können ja nicht alle durchgeimpft werden in der Zeit. Wir sind ja jetzt an Platz 6 oder was der Welt von den pro Kopf Geimpften, wir liegen ganz gut, aber der Rest der Welt wird das natürlich nicht alles können und wir dürfen eben nicht vergessen, dass die Welt ein bisschen größer ist als Deutschland. Die Welt, hast du ja ein bisschen mitbekommen, auf WTO-Ebene gab es ja diesen Antrag vom globalen Süden, dass die Patente für den globalen Süden freigegeben werden, damit die selbst produzieren können. Die Amerikaner und EU, auch die Bundesregierung haben das blockiert. Finde ich das richtig? Finde ich das richtig. Also ich denke, dass die genügend Kapazitäten... Sie schützen ja dann ihre Pharmakonzerne, dass wir das produzieren, Geld verdienen können und dann an die dritte Welt abgeben können, anstatt dass sie das selbst machen können. Ja, es gibt nicht so viele Produktionsstätten. Also es gibt genügend Impfstoffe, die hergestellt werden, um die Welt damit zu versorgen. Damit unsere Konzerne dann mehr Geld verdienen können. Man könnte ja auch sagen, das ist ein globales Gut, wir sind solidarisch, ihr könnt das auch selbst machen. Wir schenken euch einen Impfstoff. Die Solidarität wäre in erster Linie, dass die Impfstoffe besser verteilt wurden auf die ganze Welt. Oder vielleicht eigenständig produziert werden können. Ja, wie gesagt, es ist nicht so, dass das Know-how überall vorhanden ist. Gibt es noch andere Unbekannten? Also neue Varianten? Ich hatte nur so gedacht, wir wissen nicht, was mit der Durchseuchung der Kinder passiert. Das wissen wir nicht, das habe ich ja gesagt. Wir wissen nicht, was Long-Covid... Richtig, aber obwohl wir wissen bereits, dass es Long-Covid gibt. Das ist keine Unbekannte. Wir wissen aber noch nicht, wie stark es verbreitet wird. Also wir gehen zur Zeit, es gibt noch keine wirklich guten Daten, das ist aber keine Unbekannte, sondern ein wichtiger Punkt habe ich natürlich vergessen, darauf hinzuweisen. Danke, dass du mich erinnerst. Long-Covid ist eine Bekannte, ich sage nochmal, wir wissen nicht, wie viele der Patienten davon betroffen sind. Wir gehen ja zur Zeit aus von etwa 10 Prozent. Das ist eine riesige Zahl. Das ist eine riesige Zahl. Und macht nicht bei Kindern halt. Nein, überhaupt nicht. Und die haben keinen Impfschutz. Das heißt, jedes zehnte Kind könnte an Long-Covid leiden. Also das kann ich momentan nicht ausschließen. Wir haben dazu noch keine Daten. Es gibt doch dieses Chronic Fatigue-Syndrom. Da denken wir nach Daten, die ich von der Charité jetzt gelesen habe, etwa ein bis zwei Prozent vielleicht der Patienten. Aber ich will nur sagen, diese Krankheit darf nicht unterschätzt werden. Das ist der Punkt. Das heißt also, auch wenn wir Erfolg haben mit der Impfung, wenn wir das kontrollieren können, die Krankheit wird uns noch viele Jahre weiter beschäftigen. Wir sollten also nicht nachlassen, diese Krankheit zu bekämpfen. Wir dürfen diese Krankheit nicht unterschätzen. Und wir dürfen uns nicht nur auf die, viele, habe ich das Gefühl, beschränken sich auf diese Toten, auf die Anzahl von Toten. Das ist sowieso schon schrecklich, dass wir über 80.000 inzwischen haben. Aber natürlich die ganzen anderen, die auch natürlich darunter leiden, dass sie Angehörige verlieren, die ganze Überlastung, psychische Überlastung, all das. Das ist das, was alle sehen, aber Long-Covid, Chronic-Fatigue-Syndrom, das muss viel stärker ins Bewusstsein der Leute. Wir müssen uns vor Infektionen schützen. Daran müssen wir arbeiten. Alles andere ist ja sekundär. Es ist ja nur eine Mitigierung. Wenn ich krank bin, kann ich nur noch behandelt werden. Ich will ja gar nicht erst krank werden. Also wir müssen die Infektionschancen reduzieren. Und die hängen nur von unserem Verhalten ab. Die Unbekannte ist ja auch noch, wie lange dauert der Impfschutz? Das wissen wir auch noch nicht, aber das wird kein großes Problem sein, weil wir ja dann genug Impfstoffe haben, um dann nachimpfen zu können. Gut, zum Schluss. Wir haben eine Menge schon über No-Covid in den anderen Sendungen gemacht. Erklär doch mal kurz, was der Unterschied ist zwischen No-Covid und deinem Konzept des Control-Covids. Weil ich hatte gehört, vor ein paar Tagen, hast du dich den No-Covid-Leuten angeschlossen? Interessant, was du so alles hörst. Nein, ich stehe mit den No-Covid-Leuten seit Anfang an in Kontakt. Tatsächlich ist die Idee geboren worden in einem Gespräch von einem dieser Expertenrunden. Nicht im RKI. Doch, dieses Gespräch hat im RKI, diese Runde ist eine RKI-Runde, die mich persönlich berät. Und da ist die Idee geboren worden. Es gibt zwei Aspekte, die aus meiner Sicht kritisch sind. Also zunächst mal, Ich wollte jetzt nur den Unterschied zwischen deinem Control-Covid Das eine ist, diese Zonen, diese grünen und roten Zonen, die ich für, oder nicht nur ich, sondern die Mehrzahl der Leute, die mit praktisch umsetzbaren Dingen arbeiten, sehr kritisch sehen, dass man solche Zonen in Deutschland einrichten kann oder auch zu anderen EU-Ländern. Das halten wir für schwer zu implementieren. Gelinde gesagt, wir halten es fast für unmöglich. Und das andere ist diese Erfindung dieser Risiko, dieser Risiko-Inzidenz, wo eine bestimmte neue Rechengröße eingezogen wird, die aus meiner Sicht eben eine zu optimistische Darstellung der wahren Inzidenzen bringt. Das sind die zwei Hauptunterschiede. Da gibt es viele Gemeinsamkeiten, gerade die Grenzwerte. Warum tut euch nicht zusammen? Warum sollen wir uns zusammentun? Es ist doch gut, wenn alle kämpfen für eine gute Sache. Ich meine, wenn die führenden Virologinnen wie Brinkmann und Co., die auch Merkel beraten, sagen, no Covid, wenn das RKI auch noch sagen würde, ja, im Grunde ja, dann würde die Regierung doch viel besser beraten. Also ich glaube, es ist ja, also eben sagtest du, im RKI gibt es Menschen, die haben Sorge, dass sie irgendwie was Falsches sagen oder einen Fehler machen. Das sind zwei Konzepte, die eben bestimmte, eine riesige Schnittmengen haben, das ist immer klar zu sagen, gerade wenn es um die Inzidenzwerte geht, so eine riesige Schnittmengen. Ja, warum tut euch da nicht zusammen? Ja, ist doch gut, wenn wir von zwei Seiten am selben Ziel arbeiten, ist doch vielleicht besser. Gut. Robert, äh, Lothar, Herr Koch, wollte ich gerade sagen. Bundestagswahl, freust du dich? Das ist, wäre ein Kanzler Laschet besser für die Pandemie jetzt? Keine Ahnung, ich bin ja kein, ich kann nicht in die Zukunft gucken, also es ist schon schwer Prognosen zu machen zum Infektionsverlauf. Aber du gehst wählen? Ja, das ist ja eine Bürgerpflicht und ein Privileg. Nein. Warst du schon mal Mitglied einer Partei? Nein. Lothar, vielen, vielen Dank für deine Zeit, jetzt kommt noch Hans mit jeder Menge Publikumsfragen, es wird, bin gespannt, ich konnte nicht alles unterbringen, hoffe, du hast dich trotzdem wohlgefühlt. Ja, es gab schon schlimmere Orte, an denen ich mich aufgehalten habe. Welche? Das, das tut dir nichts zur Sache. Gut, Lothar. Danke. Ja, also zum einen für Stream zur Mittagszeit unglaubliche Beteiligtenzahlen, waren mehrere tausend und das wird dann nochmal, wenn es als Video veröffentlicht ist, geht das nochmal richtig hoch, kann man jetzt schon sagen. Es gab Fragen und Anmerkungen zu den Bereichen persönlich, politisch, medizinisch und eine ganze Menge Schnittmengen. Da tauchte ein paar Mal auf, ein bisschen mehr Fauci würde ich mir eigentlich von Wieler wünschen. Kannst du damit was anfangen? Also ich denke, dass die Rollen, also mit Anthony Fauci habe ich selber auch häufiger gesprochen, also da geht es um inhaltliche Austausche, die wir während dieser Pandemie immer wieder hatten. Das System in Amerika ist ein anderes, als es hier ist. und ich habe oft den Eindruck, das ist auch gut, man lernt ja voneinander oder so, aber es gibt bestimmte Regeln und bestimmte Strukturen, die sind in dem einen Land da und im anderen eben nicht. Und da hat jeder die Rolle zu spielen, die ihm in diesem Land auch zur Verfügung ist. Ja, aber es ist nur Struktur, es ist nicht ein Stück weit auch, sagen wir, Persönlichkeitstypus, Fauci ist eben einer, der dann auch gerne mal, das war unter Trump schwieriger als jetzt, aber er geht wirklich gerne in die Offensive, er stellt sich eigentlich, obwohl er nicht Politiker ist, doch in die Rolle auch des politischen Players. Warum machst du das nicht? Naja, also ich sehe meine Aufgabe wirklich darin, wissenschaftliche Inhalte so gut wie möglich zu vermitteln. Das ist mein Job und das ist auch meine Aufgabe und der komme ich nach, nach bestem Wissen und Gewissen. Insofern, also ich halte es eben gerade für wichtig, diese Unabhängigkeit zu haben und diese fachlichen Aspekte nach außen zu bringen. Also das ist, so sehe ich meine Aufgabe. Hast du diese Unabhängigkeit wirklich? Das wurde mehrfach kritisch nachgefragt. Er ist Präsident einer Behörde, die direkt dem Ministerium zugeordnet ist. Du hast selber gesagt, dass Spahn dich nicht einfach so in den Ruhestand schicken kann, aber du bist sozusagen direkt zugeordnet und da wird gesagt, muss der seine Statements mit Spahn absprechen vorher, wenn er in der BPK ist? Oder tut er das? Oder hat er eine innere Schere, die ihm sagt, wenn ich meinen Einfluss behalten will, dann übe ich hier mal keine öffentliche Kritik am Minister, wenn ich neben ihm sitze? Na, es geht darum, dass man wirklich seine Inhalte, die man für richtig und wichtig hält, die sprechen wir im Institut ab. Und dann werden die vorgetragen dort. Das ist ja klar. Also ich glaube, die BPK ist ja so ein, das ist ja ein Medium, wo man bestimmte Informationen nach vorne bringen will und die bestimmen wir natürlich im Haus ab. Und dann gibt es ja Fragen. Auf diese Fragen antwortet man dann immer nach bestem Wissen und Gewissen. Das ist ja klar. Also wir bleiben wissenschaftsgetrieben und ich halte das auch für entscheidend. Und diese Unabhängigkeit finde ich persönlich sogar wichtiger, als wenn man seine persönlichen Ansichten hier und dort spielen lässt. Ja, aber wenn du sagst, ihr bleibt wissenschaftsgetrieben, letztlich geht es dann schon wesentlich darum, was macht die Politik als Entscheidungsebene mit den wissenschaftsgetriebenen Erkenntnissen und Empfehlungen. Da wurde konkret gefragt, hat es, wann war der Punkt, wo du bei der Betrachtung oder Wahrnehmung politischer Entscheidungen dir innerlich gedacht hast, das jetzt sollte jetzt Zitat, what the fuck machen die da eigentlich? Also, wie gesagt, dazu kann und will ich auch nichts sagen. Aber es gab solche Momente. Es gab sie. Ich meine, die gibt es in jedem Leben wahrscheinlich. Ja, also ich vermute mal, als auf einmal ein Inzidenzwert von 165 auftauchte bei Schulen, da muss doch dem Wissenschaftsgetriebenen müssen mindestens innerlich die Haare zu Berge gestiegen sein. Ja, also darüber haben wir ja hinreichend gesprochen. Wurde auch gefragt, ist für jemanden, der Präsident des RKI ist, war oder ist Parteibuch notwendig, hilfreich, spielt überhaupt keine Rolle? Ich vermag das nicht zu sagen. Ich habe kein Parteibuch. Ich persönlich halte das für gut in so einer Rolle, weil ich ja eben diese Unabhängigkeit, ist ein hohes Gut aus meiner Sicht, eine Fachlichkeit, eine unabhängige Fachlichkeit. Ich persönlich bin froh, dass ich kein Parteibuch habe. Es wurde dann gefragt, immer noch, wundern sich Menschen, warum die vom RKI veröffentlichten Zahlen, die dann nachher auch Auswirkungen haben auf Inzidenz, auch auf die Berechnung des R-Wertes, warum die so sehr immer noch zeitversetzt nach über einem Jahr daherkommen. Also wir haben in den Kurven dann die Wochenenddelen und es gibt inzwischen private Berechnungsplattformen, die sind aktueller als ihr. Warum ist das so und was tut ihr dagegen? Ja, das ist so und das war auch immer schon so. Aber der Punkt ist ganz trivial. Es gibt ja ein Infektionsschutzgesetz und wir müssen uns ja natürlich nach dem Gesetz richten. Das heißt also, wir können die Zahlen erst dann offen stellen, wenn sie uns geliefert werden. Und sie werden uns ja von den Gesundheitsämpern geliefert. Ja, aber andere haben die Zahlen aus den gleichen Quellen eher als ihr. Ja. Warum? Ja, also da fragen sie, da müssen sie oder musst du jetzt, da musst du die quasi die Gesundheitsämter oder Landesstellen fragen, warum die uns die Zahlen nicht früher senden. Wenn sie auf, es gibt Momente, da stehen die auf der Website, aber da es gesetzlich uns nicht erlaubt ist, die von der Website runterzunehmen. Zudem haben wir auch, das ist doch gaga. Nein, das ist, aber nochmal, das ist das Gesetz. Ich will nur eins sagen, dann reden wir darüber, mag mal sein, dass ein Tag verzögert ist. Das ärgert mich. Das ärgert jeden von meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aber der entscheidende Punkt ist, und ich glaube, daraus sollte man mal gehen, diese Zahlen sind ja nur Zahlen. Die sind natürlich jetzt wichtig, wenn es um Inzidenzwerte geht oder so. Das ist schon dann bitter, wenn da eine Verzögerung ist. Aber wie gesagt, so, aber der entscheidende Punkt, und was, glaube ich, ganz viele immer aus dem Auge haben, hinter diesen Zahlen liegen ja Fälle mit einer Menge von Informationen. Krankenhausarbeit, Alter, Geschlecht, manchmal Vorerkrankungen, dies und jenes. Und das ist ja der Wert, den wir in unseren Situationsberichten immer schreiben, wo wir das Risiko dann einschätzen können. Wie schwer sind eigentlich Verläufe? Wer wird eigentlich betroffen? Und diese Daten, die sind ja in der Regel viel wichtiger, ob ich jetzt einen Tag früher oder später 10 oder 50 oder 100 Fälle mehr habe, ist für das Pandemiegeschehen eigentlich nicht relevant, sondern die Information, die dahinter liegt. Aber warum manche uns die einen Tag später schicken, dann bitte fragt die, die uns schicken die Zahlen. Und ihr könnt nicht sagen, oder streng empfehlen, zum Beispiel, es muss doch möglich sein, dass zum Beispiel sowohl in Labors als auch in Gesundheitsämtern Wochenendschichten eingelegt werden, damit sozusagen kontinuierlich Tests ausgewährte Zahlen überliefert werden und nicht erst mit der Verzögerung. Also diese Verzögerung nach der Weihnachtspause war doch eine Katastrophe. Ja, absolut. Da kann ich, also wir sind im Krisenmodus seit Januar 2020. Also unser Haus, das RKI, bei uns ist immer besetzt. Auf den anderen Ebenen demzufolge nicht. Nein, man sieht es ja. Man sieht ja auch... Ist das eine Forderung, dass du sagst, Politik sorgt dafür, auf Länder- oder Bundesebene, dass verdammt nochmal die auch in den Krisenmodus gehen müssen? Ist das eine Forderung? Also wenn man Weihnachten und Ostern anschaut, dann haben natürlich auch viele Praxen zugemacht, haben Urlaub gemacht. Es gibt ja eine Menge Gründe, warum Daten kommen oder nicht kommen. Menschen fahren in Urlaub. Auch ein Arzt fährt in Urlaub, macht seine Praxis zu. Jedem steht der Urlaub zu. Wir sind groß genug, um unseren Krisenzentrum eben 24-7 zu fahren. Aber es ist natürlich nicht jeder Privatier. Na klar wäre das schön, wenn alle im Krisenmodus immer wären. Aber es ist eben nicht so. Medizinische Fragen, auch mit Perspektive. Werden wir eigentlich nach deiner Einschätzung es jemals erleben, dass wir sozusagen wieder in einen Status Ante-Corona kommen? Das heißt, dass Menschen sich ohne Maske, ohne Distanz, ohne Angst begegnen können? Oder ist dieses Virus sozusagen auf ewig da und müssen wir immer darauf warten, dass eine neue Mutation um die Ecke kommt und dann wieder der Schutz hochgefahren werden muss? Nein, das Virus wird da bleiben. Also da gibt es für mich gar keine Frage. Das Virus wird sich anpassen. Es wird irgendwann so sein. Also der entscheidende Unterschied zur Grippe, der ist schon gut, wenn man das miteinander vergleicht. Wir sind ja völlig naiv. Also wir haben keine Immunität gegen dieses Virus. Wir kennen das nicht. Und das heißt, wir kriegen auf Dauer diese Immunität. Entweder dadurch, dass wir infiziert werden, hoffentlich mit einem guten Ausgang, aber besser durch eine Impfung. Und wenn wir dann auch weltweit diese Raten haben, dass so eine Grundimmunität ist, dann wird uns das Virus einfach nicht mehr so viel wehtun. Die Krankheitsverläufe werden weniger. Dann wird das irgendwann ein Erkältungsvirus sein, das uns dann nicht mehr stört. Da sagen jetzt die, sagen wir mal, Skeptiker der Pandemie-Bundespolitik, sagen, Grippe. Wir haben es doch schon immer gesagt. Jetzt gibt das endlich zu. Es ist eigentlich nicht wesentlich anders als eine Grippe. Doch, es ist wesentlich anders als eine Grippe. Ich will nur mal den Vergleich machen. Mein Vergleich war der mit Grippe. Da kursieren ja ständig Viren. Wir haben eine Grundimmunität gegen alle möglichen Grippeviren. Es gibt dann pandemische, die Viren ändern sich sehr schnell. Also Grippeviren können sich massivst ändern in kürzester Zeit. So massiv können sich diese Coronaviren nicht ändern. Aber wir haben prinzipiell eine Grundimmunität. Es kann trotzdem eine Grippepandemie passieren, wo auch wirklich Hunderttausende oder Millionen Menschen sterben. Wir jetzt sind ja schon über drei Millionen verstorben. Aber dieses Coronavirus ist nicht so wandlungsfähig wie die Grippeviren. Das heißt, es ist aber ein neues Virus. Wir haben keine Grundimmunität. Wenn die Grundimmunität da ist, dann wird die Krankheitslast nicht mehr so hoch sein. Wir werden immer noch so infiziert. Lässt sich das auf einer Zeitschiene darstellen? Eins, zwei, drei, vier, fünf Jahre? Das werden Jahre sein. Das werden Jahre sein. Aber darum nochmal. Die einzige Chance ist, dass wir uns impfen lassen. Nur dadurch bekommen wir die Krankheitslast runtergedrückt. Das Virus wird nicht verschwinden. Ich meine, es gibt ja diese vier, fünf anderen Coronaviren, die nur so ein Schnupfen machen, die nie einen interessiert haben vorher. Die haben wir auch schon immer angeschaut für unsere epidemiologischen Untersuchungen. Über die stört sich auch keiner. Hast du halt mal eine Schnupfen oder eine Grippe? Und irgendwann wird das mit diesem Virus auch so sein. Aber das Virus wird nicht verschwinden. Also das haben auch manche gefragt. Bei den Pocken wurde erklärt, wir haben das Ziel, dieses Virus auszurotten. Und dann ist es innerhalb von zehn oder zwanzig Jahren gelungen. Das wird in Bezug auf Coronaviren nicht passieren können? Nein. Also der biologische Hintergrund ist folgender. Wir können, also mit heutigen Technologien, mag ja sein, dass es in zehn, zwanzig Jahren irgendwas Schickes gibt, was ich nicht weiß. Aber mit dem heutigen Stand des Wissens. Du kannst einen Erreger nur ausrotten, wenn der nur einen Wirt befällt. Also nehmen wir jetzt mal den Menschen. In dem Fall ist der Mensch. Wir haben auch die Rinderpest haben wir zum Beispiel ausgerottet, weil das nur bei diesen Tieren halt diese Pest, diese Erreger vorkommt. Wir können die Pocken ausrotten, weil sie eben nur bei Menschen vorgekommen sind. Aber das hier ist ein Zoonoserreger. Der infiziert ja noch andere Tierarten. Kommt ja auch wahrscheinlich aus der Fledermaus. Das heißt auf Fledermäuse. Wahrscheinlich. Wie sicher bist du dir da? Weil auch das wurde gefragt. Es gibt Vermutungen oder Thesen, es könnte auch aus dem Labor gekommen sein. Hast du da eine Einschätzung? Das ist alles Spekulation. Mag sein, mag nicht sein. Ob wir das jemals herausfinden werden, wissen wir nicht. Aber die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass es irgendwie aus Fledermäusen, weil es gibt in Fledermäusen wahnsinnig viele von diesen Coronaviren in allen möglichen verschiedenen Varianten. und es gibt Stämme, also Virusvarianten, die sehr ähnlich sind, die höchste Wahrscheinlichkeit ist, dass es von diesem Wirt, also von dem Wirt, der nicht krank wird, diese Fledermäuse werden eben nicht krank. Das Virus vermehrt sich in denen, ohne dem Wirt zu schaden, dass davon entweder über den Zwischenwirt wahrscheinlich ist, dass die höchste Wahrscheinlichkeit auf den Menschen übergegangen ist. Und das ist der Grund, warum das Virus nicht ausrottbar ist. Da wurde auch gefragt, direkt daran anknüpfend, warum hat Ebola sich eigentlich nicht zu einer globalen Pandemie ausgeweitet? Und da meinte ein anderer Vorherst, naja, das lag daran, dass Ebola so tödlich war, dass die Wirte ganz schnell weg waren. Ist das so oder ist ein anderer Punkt? Also das ist ein bisschen komplizierter. Also das Problem, was wir haben, warum wir vor dieser Pandemie uns weiter so achtsam verhalten, ist dieser Ansteckungsweg. Man ist angesteckt, man merkt es gar nicht, man spricht und pustet das Virus raus, gibt Aerosol und der andere wird angesteckt. Ebola, da musst du den Menschen berühren. Du musst mit seinen Sekreten oder seinem Blut in Kontakt kommen. Das ist ja viel einfacher, sich davor zu schützen. Also wenn ich jetzt Ebola hätte, ich säße hier, dann würde ich dich nicht anstecken. Wenn ich aber SARS hätte, dann ist es theoretisch. Also das ist der Entscheidende. Also da sterben etwa 50 Prozent, das ist schon viel, aber das ist nicht der Punkt. Die Kontakusität, die Epidemiologie, die Übertragungsweg, der ist anders. Weil du das eben auch schon angesprochen hattest, auch das war eine Frage. Gibt es signifikante Unterschiede in der natürlichen Immunität, die durch Ansteckung, durch Infektionen geschaffen wird im Resultat? Und der durch Impfung erzeugten? Wissen wir noch nicht. Wissen wir noch nicht. Also das werden wir, ich meine, wir impfen ja eher seit wenigen Monaten. Das heißt also, es gibt dazu noch keine Daten, die das immer, aber das werden wir irgendwann Ende des Jahres wissen. Momentan kann ich das noch nicht beantworten. Weitere Frage zu wissenschaftlichen Ergebnissen. Wurde gefragt, warum gibt es eigentlich noch keine Long-Covid-Untersuchung? Die gibt es. Gibt es schon? Ja, die laufen ja. Ja. Die laufen ja. Also erstmal muss man, das ist ein Symptom, ein Syndrom, das muss man jetzt noch klar definieren. Da gibt es weltweit noch unterschiedliche Ansichten. Da laufen Studien, aber auch da, das ist alles eine Frage der Zeit, wir werden auch da in Kürze viel mehr Informationen haben, und dann wird sich die Welt unter der Guidance der WHO wird ein Syndrom definieren und dann werden wir sehen, was das heißt. Und also es gibt auf jeden Fall Long-Covid, wir wissen aber noch nicht, wie oft es das gibt. Wir wissen, dass es wahrscheinlich, wir wissen, also wir wissen noch sehr wenig darüber, aber es gibt es, was es genau sein wird und ob man auch, oder wie und ob man es therapieren kann, das sind alles noch offene Fragen. Zwei persönliche, oder Fragen zur Person zum Schluss. Die eine, Karl Lauterbach hat gesagt, er werde inzwischen wegen seiner öffentlichen Auftritte auch bedroht. Ist das auch eine Erfahrung, die du machst? Ja, das ist die bedrückendste Erfahrung, die ich in den letzten Monaten gemacht habe. Es ist bemerkenswert, wie man beschimpft und auch bedroht wird. Das sind natürlich nur wenige, aber die sind eben sehr wirkmächtig. Und das ist vielleicht auch mal der Punkt, hier denen zu danken, in meinem Haus, die das aushalten. Das ist nämlich die Pressestelle. Die haben eine Hotline und dort rufen der dann Menschen an, neben den E-Mails, die der Pressestelle geschickt wird. Was die da teilweise ertragen müssen, an Beschimpfungen und Beleidigungen, das ist bemerkenswert. Also, mich persönlich ficht das nicht so sehr an. Ich habe mein Leben ein wenig geändert, das stimmt. Also zum Beispiel fahre ich eben auch nicht mehr öffentlich, weil die Einschätzung vom Landeskriminalamt da ist, dass ich eben bedroht bin. Du hast Personenschutz? Nein, ich habe keinen Personenschutz, soweit ist es nicht. Aber das ist eine bedrückende Erfahrung, weil ich kann sehr gut verstehen, dass Menschen verzweifelt sind und was weiß ich. Aber das ist etwas, wo ich überhaupt kein Verständnis für habe. Das ist leider so. Aber ich habe das Gefühl, nachdem ich jetzt selber ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehe, das ist ja scheinbar bei Leuten, die prominent sind, gar nicht so unüblich. Und ich finde das erschreckend und furchtbar. Die letzte Frage. Es gibt Berichterstattungen darüber. Du habest gesagt, dass bei den Infizierten und den Erkrankungen, vor allem auf den Intensivmedizinen, Migrationshintergrund ein massives Problem sei, dass es Parallelkulturen gäbe, dass man eigentlich in Moscheen ansetzen müsse und dass es ein Mist sei, dass das alles nicht passiert. Was von dem stimmt und ist es tatsächlich so, dass Infektionen und auch Covid-19 in Deutschland oder anderswo eine Krankheit schwerpunktmäßig mit Migrationshintergrund ist? Ich kann dazu nichts sagen, weil mir die Daten nicht vorliegen. Wir erfassen die Daten nicht. Wir erfassen im Intensivregister, ich glaube, bislang haben wir auch nur reine Zahlen erfasst. Ab nächste Woche erfassen wir noch das Alter. Wir wissen das nicht. Ich weiß nur, dass ich natürlich auch mit vielen Kolleginnen und Kollegen spreche und Menschen, die Chefärzte aus Intensivstationen berichten das. Und wir liegen aber dazu keine Zahlen vor. Ich weiß nur Folgendes. und das ist das Prinzipielle und das ist vielleicht auch mal wichtig, dass man das mal klarstellt. Wir haben das auch schon publiziert. Diese Pandemie, die erwischt natürlich zum großen Teil bestimmte Schichten in unserem Land. Es sind vor allem arme Menschen. Es sind die armen Menschen. Es sind Menschen, die in beengten Verhältnissen wohnen. Es sind bildungsferne Menschen. Ja. Und es sind Menschen, die natürlich unter prekären Arbeitsbedingungen leben, arbeiten und auch unter solchen Bedingungen leben. Und darunter ist der Anteil der Migranten natürlich höher als bei den anderen. Das heißt also, die Verhältnisse, in denen Menschen leben, die sind ein guter Indikator dafür, wer sich infiziert und wer sich nicht infiziert. Und das ist aus meiner Sicht eine der, das wissen wir ja seit Jahrzehnten. Wo muss Politik da ansetzen? Wenn du das jetzt nicht als, wenn du das als Situationsbeschreibung, aber nicht als, sagen wir mal, Migrationsbashing bezeichnen wirst, dann musst du eigentlich sagen, wenn das ein Problem ist, müssen wir so und so darauf reagieren. Was ist da die Forderung? Wir müssen dafür Sorge tragen, dass wirklich alle Bürger dieses Landes so gut wie möglich informiert sind über die Art und Weise, wie man sich mit diesem Infektionserreger ansteckt oder nicht. Und das hat natürlich auch etwas zu tun mit Sprache, damit, dass man auf der lokalen Ebene mit allen Gruppierungen einen Austausch pflegt. Das ist ganz klar. Aber nochmal, der entscheidende Punkt, denken wir mal, also etwas, was mich am Anfang sehr gefreut hat bei dieser Pandemie und bei all diesen schrecklichen, was mich gefreut hat, war erstens diese riesige Solidarität, die wir hatten am Anfang. Die ist weg. Die ist weg. Das ärgert mich jetzt. Und das Zweite, was mich gefreut hat, wir haben gesehen, dass es bestimmte prekäre Geschäfte, Beschäftigungsverhältnisse gibt, wo Menschen sich stärker anstecken oder nicht. Ich erinnere nur an Gütersloh. Und ich hatte gehofft, dass diese Sichtbarkeit dazu führt, dass man daran arbeitet, dass die Beschäftigungsverhältnisse besser werden. Du müsstest eigentlich selbst in die Politik gehen. Nein, nein. Ich sage nur das, ich sage nur die Dinge, die unser Haus auch seit Jahren publiziert. Aber das ist halt durch diese Pandemie, ist das nochmal sichtbarer geworden. Und ich finde, und das ist diese Aufgabe, die wir haben, wir müssen das sichtbar machen, durch Fakten belegen und dann müssen eben bestimmte Dinge geändert werden, damit das nicht so oft passiert. Das ist doch ganz klar. Ich meine, Flüchtlingsheime ist genauso ein Thema, wo wir auch Empfehlungen gegeben haben von frühen Zeitpunkten aus. Natürlich sind auch Flüchtlinge, die eng leben. Soll man da mobile Impfteams reinschicken? Entschuldigung, wenn ich jetzt noch diese nachfrage, aber das liegt so auf der Hand. Naja, also die stellen, wir haben eine klare Priorisierung, die ist auch richtig nach Alter erstmal gemacht, wegen des Infektionsrisikos, des Krankheitsrisikos. Und diese Priorisierung soll erstmal abgeimpft werden, das ist wichtig und richtig, das haben auch alle Länder der Welt, sehen das genauso. Und dann muss man natürlich nach verschiedenen, wenn das geöffnet wird, dann muss man, das eine ist, dass man die Menschen schützt, die andere mit Infizierten viel zu tun haben, das ist ja klar, die Gruppe, und dann muss man natürlich dahin schauen, wo die Menschen die größte Chance haben, sich zu infizieren. Hinschauen oder hingehen? Hingehen. Hingehen. Die muss man, oder was heißt, man kann die auch holen, also man muss ja nicht über hingehen, aber wir müssen, völlig unabhängig von dieser ganzen Debatte, wir müssen alles tun, um so viele Menschen wie möglich in unserem Land zu impfen. Das ist total wichtig. Und was dafür getan werden muss, das muss getan werden. Und auf lokaler Ebene wissen, dass Leute teilweise viel besser, wie man andere zum Impfen motiviert, als wenn man das irgendwie von oben sagt. Lothar, vielen Dank für die Auskünfte, Ausführungen, für deine Zeit. Du warst aktiver Fußballer, Torwart, nicht? Ja. Thilo war auch Torwart, ich war auch Torwart. Das war sozusagen ein Gespräch, dreier Torwarte, nicht Toren, bin ich mal hoffen, Torhüter. Ja, unter Fußballern gilt Torwarte ja, oder Torleute, manchmal als die Verrückten. Ja, als Torwart. Die links außen, dachte ich, war anders. Ja, aber der Torwart, der Torwart kann neunmal grandios halten, greift einmal daneben, ist der Idiot. Ein Stürmer kann neunmal daneben schießen, trifft einmal, ist der Held. So ist es doch. Ja, aber der Torwart ist doch der, der die größte Verantwortung trägt. Ich wollte gerade fragen, das sind doch keine Idioten. Was ist in irgendeiner Weise Torwart, Persönlichkeitsstruktur, hilfreich für das, was du jetzt machst? Puh, das, also, ich habe noch nie darüber nachgedacht, aber ich weiß nur, das Torwart ist ein sehr verantwortungsvoller Tätigkeit, das ist das mal klar. Also, das ist schon richtig, aber darüber habe ich noch nie nachgedacht. Ja, kann vielleicht nachgeliefert werden. Fragen wir bei der nächsten BIPIKA, Mutter Wieler. Dankeschön, danke für euer Interesse, für eure Unterstützung. Ihr wisst, wie ihr die in jeder Form deutlich machen könnt. Darauf freuen wir uns. Dankeschön. Danke auch. Wir sehen uns, Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020